Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit KünstlerInnen, UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Und nun zu meinem heutigen Gast. Also du bist ja eigentlich schon ein Typ, der Profimäßig an sowas, oder bist du so ein Schlotterer-Typ? Ja, ich habe aber keine Ahnung von Technik. Null. Also als wir uns zum Beispiel diese neuen Mikros geholt haben, hat Felix mich am Hosenzipfel genommen. Wir sind zum, nee, umgekehrt, ich ihn und wir sind in den Music-Store in Köln und er hat da das geregelte Mikros und sonst wenig. Ich stand einfach nur und habe halt mitbezahlt. Ich habe leider gar keine Ahnung von Technik, gar nichts. Ich besitze und benutze auch gar keine Apps. Wenn ich in der Stadt bin, also schon die Klassiker, aber wenn Freunde von mir wieder für vier Euro mit Uber nach Mitte fahren, rufe ich eine Taxinummer an und fahre für 15 Euro die gleiche Strecke. Das ist wirklich ganz schlimm. Ich habe auch kein PayPal und so. Nein? Nee, ich bin da sehr rückständig. Ganz komisch. Ich gucke aber natürlich eigentlich in ein modernes Gesicht. Ja, dankeschön. Das habe ich noch nie gesehen, so ein modernes Gesicht. Das ist ein total modernes Gesicht. Hätte ich wirklich, also schon direkt was Neues erfahren. Mein Bruder zum Beispiel regt sich immer tierisch drüber auf, wenn er mir Geld schuldet oder umgekehrt, schnell PayPal. Ich sage, ich gebe mir deine IBAN-Nummer, ich mache das dann später am Computer. Aber wie kriegst du das? Ich meine, das ist ja auch alles, hat ja was mit Zeit zu tun. Ja. Ich bin wirklich faul, was sowas angeht. Ich hatte auch, ich habe mal meine ganze Festplatte verloren, weil ich kein Backup hatte. Fotos von sieben Jahren Urlaub. Weg. Und der Typ im Apple Store hat mich so angeguckt, also der Blick verriet schon, sind sie bescheuert. Aber ich weiß nicht, ich muss das, ich brauche da sehr Nachholbedarf. Bist du aber ein nostalgischer Typ? Weil eigentlich nur nostalgische Typen brauchen ja immer diese Fotos von vor sieben Jahren. Ja, eigentlich schon. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich dachte, ja, scheiß drauf. Irgendwie sammle ich jetzt keine Fotos mehr und ich halte das alles im Kopf. Aber jetzt bin ich so Anfang 30 und merke tatsächlich, wie so manche Erinnerungen verschwimmen. So, wann war ich da nochmal auf Mallorca? Wann war ich da nochmal in Italien? Wie war das da in Kanada? Ja. Und oder der Geburtstag und der. Und da hätte ich schon ganz gerne am liebsten analog irgendwo Bilder. Also ich bin auch kein großer Fan von diesen Bilderfluten, die wir da alle auf dem Handy haben, weil das nimmt dem Ganzen irgendwie das Besondere. Also da bin ich dann schon analog. Ich schreibe auch mit dem Stift und so. Also jetzt nicht, wenn ich jetzt arbeite, sondern ich mache mir Notizen mit dem Stift und nicht in die Notiz-App vom iPhone, sondern da bin ich auch sehr analog und trinke auch Filterkaffee und so. Das sind alle so Kleinigkeiten. Da bin ich irgendwie nicht so technisch versiert. Und wenn wir uns jetzt ein Fotoalbum angucken würden von deinen Eltern, was würden wir da so sehen, wenn es so um deine Kindheit… Viel Amrum. Viel Amrum im Nordsee. Da waren wir immer. Wir waren eigentlich immer klassische Nordsee-Urlauber. Also jedes zweite Bild ist, wie wir Kinder in einem Bollerwagen sitzen und an den Strand gezogen werden. Bei Wind und Wetter. Viel Regen janken, viel Fußball mit Papa spielen. Und ich eigentlich immer, der immer irgendeine Grimasse schneidet. Auch schon so mit drei. Also auf jedem Bild habe ich eigentlich immer irgendwelche Fakten gemacht. Immer so Zunge raus und Aufmerksamkeit kriegen wollen? Wahrscheinlich schon, so ein bisschen unterbewusst. Kann gut sein. Also du bist in Detmold aufgewachsen, Arztsohn am Waldrand. Und habe mich trotzdem da hochgearbeitet, trotzdem rausgearbeitet. Also ich meine, wenn jemand in den Grimassen auf Fotos, ja klar. Wie entgeht man einer zu behüteten Kindheit? Oder wie bist du der zu behüteten Kindheit entkommen? Zum Glück gar nicht. Ich bin sehr dankbar für meine Kindheit. Also ich habe immer, wenn ich mit Freunden rede, die irgendwie jetzt nichts Schlimmes erlebt haben, aber so, wenn es so eine Trennung ist der Eltern oder früh, ganz früh die Großeltern verloren oder Einzelkind und immer drunter gelitten und so. Das hatte ich, ich war wirklich, ich bin da, also meine Kindheit war nahezu perfekt. Und ich kann natürlich jetzt, weil es edgy und cool wirkt, sagen, ja da war mal eine schlimme Zeit und da habe ich viel Nirvana gehört und mich geritzt. Und so, nee, es war alles ganz sonnig. Irgendwie die Kindheit war echt sehr, zum Glück sehr behütet. Aber ich hatte natürlich, ich habe trotzdem viel Mist gebaut. Also ich war auch kein guter Schüler und so und habe auch entsprechend Freunde gehabt, wo wir viel Faxen gemacht haben und so. Also es ist schon so, dass ich jetzt nicht irgendwie da so eine strebsame, strebsame Pubertät und Kindheit hatte. Ich war einfach sehr behütet. Was haben deine Eltern da richtig gemacht? Dass du, man will ja dann schon so ein Teenager-mäßig ausbrechen und will dann eben nicht mehr im Einfamilienhaus sein, sondern irgendwas anderes machen? Ich glaube, dass ich nicht konservativ, also keine konservative Erziehung genossen habe, sondern mein Vater zum Beispiel war immer wichtig, also wir konnten so lange feiern und draußen bleiben und, ich sage mal, saufen gehen, wie wir wollten. Ihm war dann aber wichtig so, ihr könnt das machen, aber um zehn dann Frühstückstisch. Also es waren so Kleinigkeiten, die dann Bestand haben mussten. Das heißt, du bist Samstagabend ausgegangen? Ja, und saß mit einem Turbokater da vor so einem, und hab dann so, ich habe irgendwie noch nicht so einen Hunger. Ich weiß nicht wieso. Aber das musste dann sein. Ja, es gäbe jetzt auch keine Sanktionen, aber man hatte schon so ein bisschen Respekt und irgendwie vor diesen Traditionen, dass man das halt mitgemacht hat. Und ich glaube, das war wichtig, dass ich dann nicht irgendwie später ausgebrochen bin, sondern ich habe halt auch viel gemacht, viel erlebt, viel gefeiert, viel ausprobiert und so. Also ich wurde streng, aber auch sehr offen erzogen. Also ich bin da auch sehr dankbar für diese Erziehung. Die war, glaube ich, gar nicht bewusst gewählt von meinen Eltern. Für mich ziemlich perfekt. Was für Ärzte sind das gewesen? Oder sind das immer noch Ärzte? Nee, meine Mutter ist kein Arzt. Mein Vater ist im Klinikum, ganz normal. Was macht deine Mutter? Physiotherapeutin. Achso. Ja. Schön Massage. Ja. Nee, genau, die ist Physiotherapeutin. Und wie ist der Humor deiner Eltern? Lachen war immer ganz, ganz wichtig bei uns. Da haben wir sehr, sehr viel gelacht. Sehr große Comedy und Kabarettfans immer, wir waren auch im Frühjahr immer auf so Comedy-Veranstaltungen oder meine, meine Eltern haben mir auch immer so Comedy-CDs geschenkt. Ich habe die ganze Nacht, wenn andere Hörspiele gehört haben, habe ich dann irgendwie ein Doppel-CD. Michael Mittermeier, Herbert Knebel. Das waren so die ersten. Studio Braun und so aus dem ganzen Kram habe ich so mir reingezogen und obwohl ich teilweise überhaupt nicht verstanden habe, aber das war für mich irgendwie immer Otto, natürlich, klar, Otto, ganz viel. Echt? Immer noch? Nee, damals halt. Nee, aber genau, weil du bist ja im Grunde fast zehn Jahre jünger als ich und für uns war ja schon Otto noch schon, das war schon so, ja, das war schon noch cool, aber so. Ja, ich glaube, Otto ist ja eigentlich zeitlos, also in einer gewissen Zeit deines Lebens. Ich glaube, du kannst, wenn du diese Hexen-Lieder von ihm, diese Knusperhäuser in Hänsel und Gretel-Lieder, die kannst du jetzt auch neunjährigen vorstellen, haben die auch Spaß. Das ist, glaube ich, ähnlich wie Asterix einfach und Lucky Luke und solche Sachen einfach zeitlos. Und Otto natürlich extrem viel gehört von den alten Sachen, fand ich super, auch die Filme geguckt. Nee, Lachen war ganz wichtig. Humor, ganz wichtig. Auch Medienkonsum hat sicherlich auch dazu. Also wir haben sehr viel, also ich habe es eben schon gesagt, immer Frühstückstisch und alles so zusammen essen, weil meine Eltern immer ganz wichtig ist, dass man einmal am Tag zusammen ne Mahlzeit irgendwie einnimmt. Aber trotzdem haben wir auch oft vom Fernseher gegessen, weil wir halt meine Eltern große Krimi-Fans und auch so, wetten das, so, da haben wir einfach vom Fernseher gegessen. Das kam mir auch nie jetzt irgendwie assi vor oder so, sondern das war immer so. Und ich bin dann halt mit groß geworden und war immer ein großer Medienfan. Also meine Eltern haben auch mal erzählt, dass ich so mit neun so den Spiegel mit ans Bett genommen habe. Also nicht den Gegenstand, sondern die Zeitung, obwohl ich ja nichts verstanden habe davon. Aber ich habe das irgendwie beobachtet bei Leuten, dass das irgendwie cool aussieht, intellektuell aussieht und habe dann den Spiegel mit hochgenommen und den so studiert und mir meistens nur die Bilder angeguckt. Aber ich war immer ein großer Medienfan, also großer Fernsehfan, bin auch, wenn ich so getan habe, als wäre ich krank und zu Hause geblieben, habe ich mich schon gefreut, weil meine Mutter schob dann immer, bevor sie zur Arbeit gegangen ist, diesen Fernsehwagen, den meine Eltern im Schlafzimmer hatten, bei mir ins Zimmer. Dann lief dann der Familienduell um elf, um zwölf Punkt zwölf. Dann diese Boulevard-Magazine bei ProSieben Sam und sowas. Dann Talkshows, die ganzen Mist. Da habe ich mir alles reingezogen. Was fandest du daran gut? Gut. Ich glaube einfach dieses, geil, ich kann vormittags Fernsehen gucken. Ja klar, also das finden ja alle gut, aber dass du so, du hast ja wirklich ausgesprochen, Medienfan sein und Fernsehfan sein. Und ich habe zum Beispiel immer so Winnetou geguckt, das fand ich super. Ich hatte gar nicht so eine, ich war nie so ein Riesen-Fernseher an und jetzt die ganze Zeit glotzen, sondern eigentlich immer nur so gute Zeiten, schlechte Zeiten, Winnetou. Ja, eher so skriptet dann. Also eher so Show immer. Ich habe immer Shows geguckt, Magazine viel geguckt. Warum? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Boulevard-Desk hat mir bei Punkt zwölf einfach gefallen. So als 13-Jähriger ist das halt krass, wenn irgendwo die größte Kuh der Welt geboren wird oder so. Ich finde es halt witzig. Aber einen genauen Grund kann ich dir gar nicht sagen, wo das lag. Aber ich fand es einfach immer spannend, obwohl das ja immer, eigentlich war es nie so geil zu Hause zu bleiben, wenn man krank, weil man ehrlich ist. Weil man auch immer dann, also bei mir war es so, ich habe immer auf die Uhr geguckt, die anderen haben gerade Englisch, die haben gerade Mathe und es gab auch immer eine Arbeit zurück meistens. Und das war ja irgendwie, war es immer ein bisschen uncool im Nachhinein zu Hause zu bleiben. Wenn man Popmusik hört, dann steht man ja gerne vorm Spiegel und singt in Bürstereien oder Tennisschläger und so weiter. Was hast du gemacht? Vorm Spiegel? Das ist eine gute, ja doch, ich glaube, ich habe auch so Sachen gesungen, bestimmt. Ich weiß es aber nicht mehr. Was ich immer habe, was ich bis heute habe, das kriege ich auch nicht weg, wenn ich ein Lied höre, egal ob es jetzt ein schnelles, ein Popsong ist, ein Rap oder aber auch eine Ballade, dann baue ich mir so, das ist wahrscheinlich Berufskrankheit. Vielleicht geht es aber auch jedem so, ich weiß nicht, ich baue mir immer eine Geschichte darum. Also ich projiziere das immer auf mich, wenn ich eine Ballade höre, versuche ich mich rein zu versetzen, wie wäre das, wenn ich jetzt auf einer Beerdigung wäre oder wenn das meine Beerdigung wäre und die Leute würden dieses Lied hören. Also ich kann mir nie, ich kann ganz selten Musik einfach so hören. Oder früher, als ich in der Pubertät war, dann kam mir irgendein geiler Rap-Song und habe ich gedacht, wie wäre das, wenn ich jetzt in den Club reingehen würde. Also immer so zweite Ebene. Ja, immer so, warum gibt es jetzt kein Musikvideo, wo ich jetzt Gegenstand bin des Ganzen. Ganz komisch, sehr eitel wahrscheinlich auch. Also du warst Teil des Ganzen? Ja, ja, aber bis heute ist das so, das kriege ich nie ganz raus. Ich versuche das immer, weil das ja auch nervt. Aber ich baue mir immer eine Story, bei allem. Auch bei Filmen? Nee, bei Filmen gar nicht. Da kann ich so rein und Serien und so. Und Büchern auch nicht. Aber bei Musik ist das ganz schlimm. Aber es geht vielleicht echt vielen so. Ich frage mich, wenn das jetzt so ein Internet-Meme wäre, ob das nicht sogar viral gehen würde, weil die Leute das ähnlich sehen und sich vielleicht nicht trauen zu äußern. Geht dir das hin? Hörst du einfach ganz aktiv Musik und freust dich daran, dass das gut ist? Ja, also ich bin dann eher, dass mich das mitnimmt, sodass ich irgendwie, wenn es gut ist, dann emotional berührt bin in irgendeiner Form. Wenn es irgendwie, jetzt redet der alte Mann, wenn es groovt, dann… Wenn es cool wird. Nee, wir tanzen zu Hause recht viel auch. Ja? Ja, wir haben das irgendwie, bei uns wird viel getanzt eigentlich. Also bei einer Frau, mein Sohn und ich. Das ist schon häufig, dass wir da so zu Beyoncé und irgendwas dann tanzen. Aber ich bin jemand, der, ich habe jetzt heute, gestern das erste Mal das neue Strokes-Lied gehört. Und das habe ich jetzt bestimmt schon 30 Mal gehört. Ja, bist du auch so ein Tothörer? Ja, absolut. Und mich nimmt das dann, mich begeistert das so derartig. Ja. Also ich höre mir so ein Lied auch irrsinnig schön. Ja, das kenne ich. Das ist aber bei mir bei allem so. Wenn ich eine neue Hose habe, ziehe ich nur noch die an und finde alles, was ich vorher besessen habe, kacke. Ja. Das ist ganz schlimm. Felix hat mich das auch mal im Podcast gefragt, wie viele aktive Hosen besitzen. Das finde ich eine gute Frage. Sehr gut. Weil ich habe, glaube ich, wie viele Hosen habe, besitze ich? Sagen wir mal zwölf oder so? Zehn, zwölf mit Joy-Jogging-Hosen und sowas, gemütlichen. Ich trage echt dann zwei. Nee. Maximal. Maximal. Aber hast du das auch, dass du denkst, das merken die anderen doch? Ja, klar. Ja, vor allem das Kuriose ist ja, du denkst dann ja, wenn du jetzt eine neue Klamotte anziehst, willst du das ja, das machst du ja auch für andere. Also wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst, wäre dir ja wahrscheinlich Ästhetik am Körper relativ egal, schätze ich mal. Aber die Leute, die du noch nicht gesehen hast vorher in deinem Leben, kennen ja auch deine alten Klamotten noch nicht. Aber trotzdem kriegt das Gehirn diese Transferleistung ja nicht hin und du denkst, dann musst du jetzt neue Sachen, also wahrscheinlich unterbewusst, ich mache das nie aktiv. Aber ich glaube, das ist ein Grund. Es ist strange. Es ist wie Therapie hier gerade bei dir. Du bist echt die neue Christine Westermann. Du holst immer aus den Leuten so Sachen raus. Das klingt, man kommt hier richtig ins Plaudern. Christine Westermann, die wollte ich auch gerne sprechen, aber die hat abgelehnt. Ernsthaft? Ja, habe ich nicht verstanden. Das ist bestimmt bei der Konkurrenz. Ich bin ein großer Fan. Zimmerfrei zum Beispiel, immer geguckt mit meinen Eltern. Aber immer das Beste ist, wenn sie hochgegangen ist. Achso, ich dachte gerade jetzt irgendwie, wenn sie weg war. Nee, wenn sie hochgegangen ist ins Zimmer. Ja, dann kam ja so ein Gespräch wie das, was wir jetzt führen. Ja. Mit so einer leichten Schwere, aber eine gute Schwere. Leichte Schwere, ja. Eine gute Schwere. Mir hat auch mal jemand geschrieben, der hat gedacht, dass ich sehr dick bin. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber das wird mir ganz oft geschrieben. Also die Leute. Dass du dick bist? Nein, nein, dass sie dachten, ich bin dick. Ja. Schreiben mir ganz viele. Das ist immer kurios. Hat was mit tiefe Stimmen zu tun wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja klar, die Leute stellen sich ja unter, weil ich eine tiefe Stimme habe, eh glaube ich was anderes vor. Ist ja oft so. Bei dir wahrscheinlich, dass du älter bist? Älter, so ein bisschen Vollbart wahrscheinlich und so. Mit all dem kann ich ja hier nicht aufwarten. Der Matz, der kann es bezeugen. Ein modernes Gesicht. Absolut. Gerade im Podcast-Gesicht. Das ist schon alles richtig so. Alles richtig gelaufen. Wo war ich? Achso, dass mir Leute, ja die Leute sind ja auch sehr auf eine positive Art distanzlos. Ich finde das immer, es amüsiert mich sehr, wenn ich so Nachrichten bekomme. Ich dachte, du wärst viel hässlicher. Das ist so und du denkst, das ist bestimmt irgendein Assi oder so. Dann gehst du auf die Seite, das ist ein ganz normaler Typ mit so Kindern und Hund. Ich sage, du bist voll der hässliche Vogel. Naja, das ist ganz komisch, wie durch einen Podcast die Leute halt denken, sie sind mit dir befreundet. Das finde ich sehr kurios. Du hast gerade Christine Westermann gesagt. Und die geht ja, das habe ich gerade gedacht, die geht ja immer in dieses Zimmer, wo es so ein bisschen aussieht wie in der Jugend. Und ich erinnere mich noch, dass bei Lars Eidinger hingen dann so Pop-Plakate. Wie sah es in deinem Kinderzimmer aus? Viele Bravo Sport, Fußball. Bravo Sport gab es? Ja. Oh krass, noch nie gesehen. Ja, die gab es. Das war so ein bisschen, wenn man für die Analysen des Kickers noch nicht weit genug war, dann Bravo Sport oder hingen die. Obwohl aber auch nicht so viel, weil ich bin ja Gladbach-Fan und Gladbach war zu der Zeit in meiner Jugend kein guter Club. Also sportlich nicht gut und deswegen waren wenig Prost da von den Spielern da drin. Und wenn, dann war natürlich ein Highlight. Aber sonst viele Nationalspieler hingen da, Tennisspieler. Du warst so richtig Fan dann von den Leuten? Ja, ja. Also für dich war das so, was für mich Kurt Cobain war, ist für dich. Effenberg fand ich super. Martin Dahlin, so Gladbach-Spieler, fand ich super. Und ja, so Sport, also so Boos Becker, Tommy Haas, großer Tommy Haas-Fan immer gewesen beim Tennis. Und was hing da noch? Ein Aquarium hatte ich, natürlich. Und sonst war das, ich war auch nie ein Kinderzimmerkind. Also auch in der Pubertät nicht. Ich war immer zum Leid meiner Mutter so ein Wohnzimmerkind. Ich lag da immer in der Gegend rum, in der Pubertät, mit meiner großen Nase und der viel zu tiefen Stimme. Und hab da Fernsehen geguckt und meine Mutter hat oft gesagt, geh doch mal in dein Zimmer. So was andere Eltern natürlich oft in der Pubertät geklopft haben. Wann willst du nicht mal rauskommen? Ich war eigentlich immer im Wohnzimmer oder draußen Fußball gespielt oder so. Oder ich war in viel Sportverein. Der Hauptpsychologe hat natürlich schon rausgefunden, dass du Stille nicht so gut erträgst und nicht so gut allein sein kannst. Ja, Stille kann ich bis heute, gebe ich auch offen zu, nicht gut ertragen. Also deswegen, ich hab, wenn ich nach Hause komme, ist oft wirklich die erste, ist ganz traurig. Die erste Handhabe ist, dass ich irgendwas anmache, was läuft im Winterhund. Wenn es ein Küchenradio ist und da irgendwie gerade irgendein Quatsch, irgendein Popsong läuft. Aber ich, ähm, es hat nichts mit, ich kann nicht alleine sein, ich kann super alleine sein. Ich wünsche mir oft, dass ich viel häufiger alleine bin, aber Stille kann ich nicht so gut. Auch wenn ich lese oder arbeite, läuft immer Musik. Und führst du Selbstgespräche? Nee, aber ich hab das nicht. Aber ich hab alleine, wenn ich alleine bin, auch einen ganz guten Humor, glaube ich. Also ich find Sachen witzig und lach dann auch. Ich lach auch alleine in der Wohnung, wenn mir irgendwas einfällt. Oder ich beobachte auf der Straße, wie irgendwas Lustiges passiert und so, kann ich mich schon amüsieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel für gemischtes Hack eure Folge, wenn dir was passiert oder du siehst was, was so lustig ist, übst du das vorher in irgendeiner Form? Also gibt es irgendwie, dass du da so Formulierungen sprichst? Nee, das gar nicht. Also das ist echt so ein bisschen, Felix und ich bereiten uns halt wirklich null vor, was man halt auch oft, außer jetzt, wenn wir uns diese fünf Fragen, diese Rubrik stellen, aber die kennt der andere auch nicht. Also das ist alles wirklich spontan und manchmal denke ich, wäre mal geiler, wenn wir das mal machen. Ich finde, manchmal hört man das auch. Da hätten sie jetzt aber nochmal vielleicht ein bisschen Background gebraucht. Manchmal ist es aber auch einfach gerade das Erfolgsgeheimnis, in Anführungszeichen, oder das Geheimnis, nicht das Erfolgsgeheimnis, das Geheimnis des Podcasts, warum er so ist, wie er ist, dass wir einfach so wie zwei Dudes, die miteinander telefonieren, miteinander sprechen. Also es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Glück, dass das gerade so ankommt, wenn wir das machen. Ich überlege gerade, ob ich dich mal frage, ob du mir ein bisschen die Fußballbegeisterung erklären kannst. Die ist bei mir ja vollkommen, die gibt es ja gar nicht im Grunde. Null, ne? Die gibt es null und die ist, habe ich mir auch nicht, also habe ich gerade gedacht, als du so von den Postern, weil ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen. Und dann schieben wir das Thema gemischtes Hack noch ein Stückchen nach hinten. Also vielleicht kannst du bitte, also was begeistert dich so derartig an Fußball? Wo hast du das WM-Finale geguckt, 2014? Deutschland gegen Argentinien, als Deutschland Weltmeister wurde. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das frage ich mich immer, das interessiert mich immer, weil das ist ja, du kannst, das ist ja ein Straßenfeger, die Straßen waren ja wirklich leer. Ja, also ich habe es zu Hause geguckt mit meiner Frau. Aber dem war es egal? Vollkommen. Wahnsinn. Und ich war zu Hause und habe dann irgendwann angefangen, so die Spülmaschine einzuräumen. Während des Spiel lief? Während des Spiel. Absolut. Und für mich das Interessanteste war eigentlich, dass dann danach, also die Preisverlängerung, weil ich dann irgendwann gesehen habe, dass Paul Rippke da ist. Ja. Und das hat mich am meisten gefreut eigentlich. Ah, okay. An dem Spiel war, dachte ich, ach, wie schön, dass der das geschafft hat. Und das habe ich dann so gern beobachtet. Und, ähm. Ach, kurios. Ich habe ab morgens, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ist mir auch egal, ich habe ab 10 Uhr morgens mit einem Kumpel, um runterzukommen, Anpfiff war meistens. Um runterzukommen? Ja, und WM-Finale ist ja meistens relativ früh. Gerade, weil es auch in Brasilien war. Ich glaube, es war so 17 Uhr irgendwie sowas Anpfiff, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Und ich habe ab morgens 10 Uhr mit einem Kumpel in regelmäßigen Abständen Schnaps getrunken, weil ich nicht klarkam, weil ich zu aufgeregt war. Und da war ich ja schon 25, 24. Oh mein Gott. Krass, ne? Vollkommen unverständlich. Ja, ja. Kurz davor haben sie ja gegen irgendjemanden gespielt, wo sie dann sieht. Brasilien. Brasilien. Ja. Da bin ich wirklich, meine Frau ist mein Zeuge, zur Halbzeit ins Bett gegangen, weil ich dann sehr klar, wer gewinnt. Ja, total. Also, weil es so, das ist... Nee, ich kann auch jeden, ich bin ja bei sowas, versuche ich mal sehr viel zu reflektieren. Ich kann jeden verstehen, der das als total absurd abtut, Fußball, total. Bist du jemand, der, bist du gegen, hast du so Konkurrenzdenken? Im Fußball? Nee, also generell. Also bist du schon, vergleichst du dich, oder das ist ja, also Fußball ist ja schon so ein, okay, das, wir gegen die. Und das fehlt mir zum Beispiel komplett, hab ich null. Mir ist das wirklich egal, was, also ich mach Sachen für mich und that's it, oder? Nee, Konkurrenz, nee, eigentlich, weil wir haben es ja auch so eine, also in Bezug auf Privatleben, wenn es jetzt um eine Beziehung geht, ganz bestimmt, so klassische Eifersucht, also die jetzt gesund ist, nicht falsch verstehen, da Konkurrenzdenken bestimmt. Im Job, na, eigentlich auch nicht. Also ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand käme, der mir in allen Belangen alles streitig macht und ich hab keine Jobs mehr, dann ist ja logisch, dass ich dann den als Konkurrenten sehen würde. Aber da das gerade noch nicht so der Fall ist, eigentlich nicht so wirklich. Und was begeistert dich dann so am Fußball? Am Fußball, das ist, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der das absurd als absurd abtut, weil das ist ja auch absurd, da laufen 22 Leute mit dem Ball hinterher, die einen nicht kennen, die man nicht kennt. Und man fühlt mit denen und freut sich mit denen, also mit den elf der einen Mannschaften. Und das ist einfach, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das ist halt wie so eine Religion, mit der man sozialisiert wird oder nicht. Also ich hab das irgendwie als Kind mitbekommen und bin dann von Anfang an immer Fußballfan. Also ich stelle mir jetzt auch, ich hab das auch oft so, wenn ich mir vorstelle, dass ich samstags die Bundesliga nicht gäbe, das würde total ins Kontor schlagen für meine gesamte Gefühlswelt, weil das so wichtig für mich ist am Samstag Bundesliga, so wie so ein Ritual. Es hat auch mal jemand gesagt, dass die ganzen Dinge, die vor einem Anpfiff passieren, also das Wahrmachen der Spieler, die Lieder, ist ja immer durch Choreografie, ist immer das gleiche, dass das was von einem Psychologe oder so, hat man ein Interview darüber gegeben, dass das wie ein Gottesdienst ist. Wenn du im Gottesdienst die Reihenfolge der Lieder ändern würdest, dann würden ja auch Leute aufstehen, was soll die Kacke? Das haben wir noch nie so gemacht. Im Fußball ist das genauso. Da muss der Verein ganz sensibel kommunizieren im Vorfeld einer Saison. Das Lied B läuft jetzt plötzlich, da wo Lied A lief. Und dann gibt es Riesenaufstände und so. Und ich glaube, dass die Leute einfach irgendwie sowas brauchen. Also das ist... Du auch. Total. Ich bin, das ist einer der wenigen Momente im Stadion, wo ich völlig nur da bin mit meinen Gedanken. Ich denke an nichts anderes. Ich habe das auch mal in unserem Podcast erzählt. Ich kann mich nicht so gut entspannen, so bei Wellness und Schwimmen oder was weiß ich. Bademann, kannst du nicht, ne? Und das hat Lars Eidinger, hat das mal ganz gut, glaube ich, gesagt, wenn er zu Hause alleine ist, dann spielt er Lars Eidinger, der alleine zu Hause ist. Diese Krankheit habe ich auch, wenn man sie so nennen darf. Wenn ich jetzt Wellness mache, dann denke ich, ich entspanne mich jetzt und dann spiele ich das Entspannende. Aber ich bin trotzdem mit den Gedanken überall. Wenn ich in der Sauna bin, ich kann das eigentlich, ich kann nicht gut Sauna machen, aber ich verstehe das nicht so wirklich. Und dann gibt es Situationen im Leben, die habe ich jetzt für mich so festgemacht, wenn ich mich mit Freunden treffe, übers Wochenende wegfahre oder halt ins Fußballstadion gehe für 90 Minuten, ist dann wirklich die Birne aus. Aber jetzt nicht so, dass ich da rumgröle oder mich assi gegenüber anderen verhalte, sondern ich gucke dann das Spiel und bin wirklich dann so bei mir, meiner Gedankenwelt und dann, oder eben nicht, und bin beim Spiel. Und das ist richtig entspannend für mich. Aber da bist du auch Beobachter nur und bist aber nicht, das gibt es ja auch beim Fußball oder, das hatten wir gerade bei der Musik bei dir, du bist dann nicht Teil im Sinne von, dass du denkst, na wenn ich jetzt den Ball hätte, dann würde ich das so machen? Nee, das hast du dann nicht. Okay. Das ist dieses ganz klassische Fußball, dieses Ritual, man geht trinken Bier vom Stadion. Wie das, du hast bestimmt auch Freunde, die zu St. Pauli gehen oder so, ne? Also hier gab es jetzt, bist du nicht auch mit Aki Bosse, du bist ja nicht St. Pauli Fan? Das weiß ich gar nicht. Genau, aber so dieses einfach, man ist zwar in so einer Medien- und Kulturwelt, aber trotzdem braucht man dieses, was so erdet, so Fußball, Bier trinken, Wurst essen oder was auch immer essen ins Stadion gehen. Also ist es eigentlich diese Routine und diesen, also es ist wie so Halt. Ja, total. Okay. Ja, total. Also es gibt mir richtig was, Fußball, ganz komisch. Und das ist auch nicht der Sport, also das, wenn ich jetzt mit Freunden zu einem Auswärtsspiel fahre, über das ganze Wochen nutzen wir das Ganze, um uns eine neue Stadt anzugucken, zum Beispiel. Wenn wir jetzt zum Spiel fahren nach Hoffenheim, dann mieten wir uns einen Airbnb in Heidelberg und sind in Heidelberg oder Mannheim und sind dann da zwei Tage. Das Spiel am Ende, die 90 Minuten, die sind gar nicht so wichtig, eher die Fahrt dahin, die Vorfreude, Vorfreude ist ja auch die schönste, so eine Floskel, aber Vorfreude ist die schönste Freude. Wenn du um 10 Uhr anfangen musst, Schnapps zu trinken, um um 17 Uhr ein Spiel zu gucken, also das ist schon eine gute Vorfreude. Ja, absolut. Ah, also der Stuttgart Barrett, der hat das erzählt, dass er so, der lernt das seine Hausgötter und erzählt er dann von den Büchern, die er auch sich immer wieder nachkauft oder die Alben und Musik und so weiter und die geben dem so eine Art Heimat und die braucht er so, um eben geerdet zu sein. Eine Leidenschaft einfach, ganz stumpf gesagt. Hast du ja bei Musik dann. Ja, voll. Ich bin zum Beispiel kein großer Konzertgänger. Ich höre sehr gerne Musik, aber ich bin auch kein Albenhörer. Ich höre so drei, vier Lieder von einem Album und dann die, die mir gefallen und dann höre ich die immer wieder eigentlich. Und da hast du wahrscheinlich so deine Leidenschaft oder Leute wie Olli Schulz, die halt so alles über Musik wissen, so wie ich dann über Fußball. Ich glaube, du brauchst einfach so eine gewisse Leidenschaft in Dingen. Und da hat jeder. Ja, und das so. Aber ich habe es mir nicht ausgesucht, also Fußball, das ist irgendwie von Anfang an da. Ich finde es ja auch immer kurios, wie wichtig einem, wie wichtig mir das ist, wenn ich jetzt, ich mache mir ja oft so, ich glaube, wie wir alle immer mehr so Sinn-Gedanken, so warum bin ich hier, wir sitzen auf einer Kugel, also warum, was soll das Ganze? Und dann denke ich immer so, alles ist ja eigentlich total relativ. Wenn man von außen mal auf die Erde guckt, warum mache ich mir jetzt Gedanken um irgendwelche Steuer- und Versicherungsschreiben und das ist doch alles absurd. Trotzdem habe ich dann die Momente wie im Stadion, wo mir das extrem wichtig ist, so was da passiert, obwohl es ja egal ist eigentlich, wenn ich so denke wie vorher. Auch das ist ja eigentlich egal. Aber das ist mir extrem wichtig und da spüre ich dann wieder, dass irgendwie mich ja irgendwas hier hält. Obwohl du ja eigentlich, du bist ja, das hast du mal gesagt, du bist ein sehr rationaler Typ und glaubst eigentlich, also du glaubst, dass du nicht glaubst, so hast du es glaube ich genannt. Und in so einem Moment glaubst du dann aber doch? Ja, ich nehme dann zumindest einfach wahr, dass da irgendwie was ist, was mich dann diese Sinn-Gedanken einfach wegdenken lässt, also wie Fußball. Also die sind dann nicht da in dem Moment. Ach so, okay. Das heißt, du hast sonst... Also es ist jetzt keine Ablenkung, sondern eher so eine... Ich merke, da scheint ja irgendwas zu sein. Also es ist ja doch nicht nur die Menschheit, die auf einer Kugel sitzt mit einem Nichts und weiß nicht wieso, sondern mir ist ja dann tatsächlich wichtig, wie dieses Spiel ausgeht. Und was ja absurd ist, weil es sowas trivial ist. Es sind einfach so Leute, die ich nicht kenne, die einen Ball irgendwo reinschießen. Aber ich finde es super und ich weiß nicht wieso. Und glaubst du, dass es eine Art Weltordnung gibt, jetzt mal so ganz groß gesprochen und dass das vielleicht genau dafür da ist, in dieser Weltordnung, nämlich diese 22 Spieler, um Menschen wie dich zu erden, genauso wie es für andere eine Kirche gibt oder für andere Musik gibt, Konzerte gibt? Ich weiß es nicht. Es gibt halt gewisse Dinge, die mir nicht erklären kann. Klar, du kannst das alles evolutionär begründen, alles auf Darwin begründen. Wir sind so, weil wir uns halt da angepasst haben, wie auch immer. Aber trotzdem mögen wir ja Mozart und mögen Bach und gehen ins Fußballstadion und gucken uns im Metropolitan in New York ein Bild an und so. Und das ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Also warum machen wir das? Das hat ja evolutionstechnisch eigentlich keinen Grund. Und das finde ich dann immer, also vor allem die Kultur ist, glaube ich, also kulturelle, phyotonistische Dinge finde ich immer sehr witzig, weil die halt, also ich beobachte das immer mit Humor, weil wenn man so den Menschen als Tier begreift, wie alle Lebewesen auf der Erde, gehen wir halt trotzdem in Museen und gucken uns ein Bild an. Und das finde ich immer sehr interessant. Kultur ist ja am Ende Leben. Ja, genau. Und das Reflektieren und da merkst du ja, wir sind doch nicht einfach nur so da, um zu atmen. So irgendwas ist da ja noch, was wir halt nicht begründen können. Das finde ich immer spannend. Und das ist egal, wofür man diese Leidenschaft hegt. Bei mir ist es ja auch nicht nur Fußball. Also es ist ja auch Familie und sonst was alles genauso wichtig. Aber ich finde es so kurios, dass halt jemand wie ich, der sehr pragmatisch und rational durchs Leben geht, einen großen Teil seiner Leidenschaft diesem Sport widmet, was keinen Sinn ergibt. Aber es ist halt mir wichtig. Ich finde das herrlich, dass das so diese Sinnfragen, ich glaube, weil das allgemein jetzt gerade so medial durch, wie geht es dieser Welt und so weiter, dass das irgendwie natürlich nochmal so hochkommt. Und ich glaube aber auch, dass das immer so eine Alterssache ist, dass irgendwann sitzt man sich hin und sagt so, was ist das eigentlich? Ja, ist das so? Das wollte ich nämlich mal, du bist ja genau wahrscheinlich eine Dekade älter als ich, oder? Ja. Bist du? Ich bin jetzt 40. Ja, perfekt. Ist das so? Weil das ist natürlich die Frage, die mich gerade umtreibt. Es gibt ja diese Theorien alle sieben Jahre oder so. Erfindet man sich neu und denkt neu übers Leben. Und bei mir ist das ja auch so. Ich bin jetzt gerade in dieser Phase, wo du viel nachdenkst, viel über Sinnhaftigkeit nachdenkst und die Frage an dich, wann ändert sich das? Weil ich bin kein depressiver Mensch. Gar nicht. Das denkt man, man hat ja so eine, man denkt das nicht über dich. Nee, man glaubt, weil man zu viel nachdenkt oder vielleicht gerade ein bisschen. Lässt einen die Melancholie irgendwann mal wieder los. Das ist die Frage, die ich mir halt oft stelle. Auf jeden Fall lässt die los. Wenn man Kinder hat, weil man dann funktionieren muss. Das hilft auf jeden Fall. Das hilft vor allen Dingen dabei, finde ich, dass dieser Blick von einem selber woanders hinwandert. Der Blick bleibt immer noch da. Aber es gibt ganz viele Momente, seitdem wir einen Sohn haben. Das ist ganz klar. Da geht es um sein Wohl. Dann ist es halt nicht so, was kaufe ich mir denn heute wieder Schönes für einen Anzug. Sondern da geht es um andere Sachen. Und das erdet auf jeden Fall auch. Und schiebt diesen Blick so weg. Und diese Sinnfrage, ich glaube, es ist gar nicht so unbedingt, also ich hatte mit, wie alt bist du? 31? 31 jetzt geworden im Januar. Ist eher eine Frage, nicht eine Frage nach der Sinnhaftigkeit, sondern eine Frage nach der Sesshaftigkeit. Also ist es jetzt, ich habe meine Wurzeln und jetzt habe ich meine Frau oder meine Freundin. Und wie geht das jetzt weiter? Also wurzel ich mich jetzt? Oder ist das jetzt schon der Ort, wo ich mein Haus am Waldrand aufbauen will oder nicht? Und ich glaube, das ist nicht, und das hat natürlich damit zu tun, dass man sich dann fragt, okay, was ist mein Warum oder was ist der Sinn? Aber ich glaube, eher ist es dieses, jetzt 30, also ich weiß auch noch, wie ich so mit meinem sehr guten Freund Dirk Wandern war und gesagt hat so, ich glaube, ich habe gesagt, ich glaube, ich heirate die jetzt. Ja, aus rationalen Gründen auch ein bisschen? Nee, ich hatte das so ganz, ich dachte so, jetzt irgendwie, jetzt ist es so weit. Jetzt ist es so. Und dann sagte ich, ja, die ist doch in Ordnung, dann geheiratet ich doch. Das fand ich nicht so in Ordnung. Pragmatischer, pragmatischer, ja, das macht doch Sinn. Aber das hatte ich vorher auch nicht. Diesen Gedanken hatte ich einfach nicht. Und der kam bei mir mit auch 31. Und ich glaube, das ist eher so ein, und da gab es aber genauso vorher die Fragen so ein bisschen, ja, was fange ich in meinem Leben so an? Wo geht es so hin? Will ich nochmal irgendwas? Ich glaube, man stellt sich immer sein ganzes Leben Fragen. Deswegen finde ich dieses Wort oder diesen Zustand Erwachsenwerden auch Schwachsinn. Weil ich glaube, man ist immer Mensch und immer halt nie ausgereift. Du stellst dir immer Fragen und bist dir immer unsicher. Also denke ich mal, ich bin ja auch nur Laie, wenn du es so willst. Ich bin ja ab erst ein Drittel rum, wenn ich 90 werde. Und ich glaube, dass, ja, dass man sich immer wieder verändert und immer wieder Fragen stellt und immer unsicher ist, was die Zukunft angeht und sich daraus auch, glaube ich, nie ändert. Ich finde es nur immer so, ich habe jetzt halt diese existenziellen Fragen, natürlich auch durch den Klimawandel. Und du liest überall die Artikel jetzt auch in seriösen Zeitungen, was ist, wenn wirklich, wenn es zu Ende geht mit uns. Und du stellst dir dann halt so Fragen so, macht es Sinn, Kinder zu kriegen? Oder was ist die Motivation? Oder ich finde es eigentlich, oder gestern habe ich Lanz geguckt und da war irgend so ein 80-jähriger ehemaliger Politiker, ich weiß nicht mehr, wer es war, der total geistig fit sich da noch Gedanken gemacht hat um die Zukunft. Und ich finde es so großartig. Ich stelle mir aber sofort die Frage, warum ist der so motiviert so, weißt du? Bist du bodenruhigt? Bodenruhigt? Ja, also wegen Klimawandel. Wegen so allem, was gerade so rumwirkt. Ja, definitiv. Also, was gewisse Dinge angeht, nicht, weil ich weiß, wie die Medien aktuell halt durch Online-Journalismus, weil die Klicks brauchen und negative Nachrichten werden halt gut geklickt. Und dadurch kriegt man ein komisches Bild, Weltbild aktuell. Also, wenn ich mit Leuten rede aus meiner Heimat, die jetzt nicht, oder mit der Familie, und denen dann sage und statistisch auch belege, wenn man den Klimawandel jetzt mal ist, fällt schwer, aber ausklammert, dass die Erde halt noch nie, dass es den Menschen noch nie so gut ging wie gerade. Und morgen geht es ihnen noch besser wie noch nie. Dann geben die halt einen Scheibenwischer und denken so, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber es ist ja so. Es ist so, ja. Das fällt mir auch schwer, das zu glauben, weil diese medialen Einflüsse, die gerade so auf uns prasseln, die steckt man ja auch nicht so weg. Du denkst ja wirklich, oh Gott, Trump, Putin, Thüringen, Höcke, Klimawandel, Corona, so, was da in China passiert mit Minderheiten und so weiter. Und dann denkst du, Australien brennt, Amazonas brennt. Aber es ist ja, war immer so. Also, natürlich nicht in der Form teilweise. Ja. Aber ich mag diese dystopischen Gedanken nicht. Also, Pessimismus bringt halt nichts. Bringt nichts. Hat noch nie geholfen. Deswegen muss man irgendwie versuchen, die Dinge anzupacken und aufzuklären. Es ist alles gar nicht so schlimm. Es gibt natürlich schlimme Situationen. Trump, wie ich erwähnt habe, das ist ja alles scheiße. Aber es ist alles irgendwie machbar. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Was den Klimawandel angeht, das ist natürlich jetzt mal eine Problematik, die wir so noch nicht hatten. Da, klar, da habe ich große Sorge. Was glaubst du, ist deine Aufgabe in diesem ganzen Tohuwabohu? Ja, also ich finde es immer schwierig. Oder vielleicht nicht nur deine, sondern auch, du bist Autor, du bist Podcaster, du bist Humormensch. Ja, also vielleicht auch nicht nur der, der, ich, Tommi Schmidt, sondern irgendwie auch dein Berufsfeld. Also, ja, es ist schwer zu sagen. Also ich finde es immer schwierig, der Unterhaltung dann so ein riesiges Gewicht zuzuschieben. So wichtig sind wir nicht. Aber ich glaube, Unterhaltung ist generell schon wichtig. Auch in diesen Zeiten. Auch um Satireaspekten, wie Jan Böhmermann das macht, immer drauf zu gucken und aufzuzeigen, finde ich ganz wichtig. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen, was die Aufgabe, also ich, ich finde es beruflich schwer, da irgendwie so den, mit dem Zeigefinger durch die Welt zu laufen. Ich glaube, das nervt die Leute auch irgendwann. Ich versuche das immer so ein bisschen, im Podcast versuchen wir natürlich unsere Meinung auch mit, mitzugeben und unsere Haltung und so. Ich glaube, das ist auch, ist auch wichtig, wenn man Reichweite hat, auch eine gewisse Haltung zu haben, weil man ja auch eine gewisse Verantwortung dann hat. Und das, das tun wir auch, finde ich, in einem guten Maß. Ähm, das ist mir schon, das ist mir schon wichtig. Aber mir ist als, als, als Individuum halt auch wichtig, dass ich mein Leben so ein bisschen verändere. Also, ich achte auch viel mehr, also, das fängt halt im Kleinen an. Dafür bin ich absolut überzeugt. Wo hast du eine gewisse Vorbildfunktion? Ähm, und nur weil wir jetzt sagen, die Chinesen und die Inder und wie auch immer, wenn die nichts machen, dann erinnert sich eh nichts. Ja, aber was ist die Alternative? Dann selber auch nichts zu machen? Oder dann lass uns doch zumindest versuchen. Übrigens, die Chinesen machen auch sehr viel für den Klimaschutz. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, allerdings ein bisschen rigoroser, weil es ein merkwürdiger Start ist. Ähm, nee, die, als Individuum ist es mir wichtig, halt, ähm, gewisse Dinge, also ich, gewisse Dinge nicht mehr zu essen, ähm, auf den Fleischkonsum zu achten. Ich fliege kaum noch. Also, ich bin ja zum Beispiel beruflich jetzt in Berlin gerade, äh, treffe ich mich mit dir, hab andere Meetings. Es hat, durch, durch, äh, durch, äh, Umwelteinflüsse war es schwer, hier hinzukommen mit dem Zug. Ähm, aber es war mir halt wichtig, nicht zu fliegen, einfach, ähm, weil ich das halt nicht mehr, ich will da nicht den Leuten sagen, ey, du sollst auch nicht fliegen. Aber ich, für mich, möchte das halt nicht mehr. Und wenn dann der Zug nicht fährt, dann bleibe ich halt in Köln. Und, äh, so mache ich es im Urlaub auch. Also, ich versuche irgendwie, das ist halt ein Riesenthema bei uns auch gerade, ähm, kann man das noch machen jetzt gerade in Urlaub fliegen und so? Oder fahren wir lieber im Auto nach Skandinavien? Und, äh, das ist schon kurios, weil diese Thematik war ja so noch nicht da. Wir hatten ja alle möglichen Themen, hatten wir ja schon mal, wir hatten schon mal jemanden wie Trump, wir hatten schon mal, äh, Leute wie Putin, wir hatten, die Welt war schon mal deutlich schlimmer. Aber diesen äußeren Einfluss, den wir alle nicht bewerten können, wo jeder Experte auch ein bisschen was anderes sagt, ähm, ob es jetzt schon zu spät ist oder nicht, ähm, das hatten wir so noch nie. Und wir sind da ein bisschen, ja, ich finde, wir sitzen wie in so einem Flugzeug und machen so mit, versuchen unser Bestes, aber irgendwie was richtig, äh, lösen können wir ja als Individuum auch nicht. Also, es ist ganz spannend, ähm, aber ich versuche halt gerade sehr darauf zu achten, bei, im Alltag. Du hast, ich würde es nochmal ganz kurz auf. Du hast auch ein Auto auch abgeschafft, zum Beispiel. Dass du kein Auto mehr hast. Ja, ja, es kann sein, dass ich mir mal wieder eins hole, weil ich merke, es geht nicht anders, unser Verkehrssystem ist darauf, äh, äh, aus, dass man halt so Auto fährt oder ich brauche es beruflich, aber jetzt gerade habe ich gemerkt, ich brauche es gar nicht, es steht nur rum, habe ich abgeschafft. Aber weggetan zu anderen. Ich würde es nochmal auf das Unterhaltungsfach bringen wollen. Du hast vor ein paar Tagen gepostet, das ist nicht von dir gewesen, von einem Thomas Spitzer, der sagt, wer in diesen Zeiten keine Witze macht, hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Das fand ich einfach ein guter Satz. Ja. Der ist eh ein guter Mann. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ähm, ja, ich fand das, äh, warum fand ich das gut? Erstmal fand ich den Satz gut, fand ich, äh, intelligent und, äh, und sehe es halt auch so. Ich liebe halt, äh, ich finde, äh, ich liebe halt auch Galgenhumor, finde ich super, ähm, nee, und ich, und das ist auch so ein bisschen, was ich jedem meinte, das ist wichtig, gerade drauf zu gucken, auch humoristisch, auf das, was passiert auf Thüringen und so, ähm, dass du das auch ein bisschen, ähm, anders verpackst und nicht nur einen Zeigefinger drauf haust, um die Leute zu verprellen, sondern, ähm, Zeigefinger erhebst, sondern, dass man dem Ganzen irgendwie humoristisch auch begegnet, sich ein bisschen lächerlich macht über die Situation und so und, ähm. Und um damit die Schwere zu nehmen, oder? Ja, total, bei mir ist das, äh, extrem so. Also, ich, in den schlimmsten Situationen in der Schule war das schon immer so, weil ich der Erste, der irgendwie einen Witz gemacht hat. Weil du die Schwere nicht erträgst? Aber aus egoistischen Gründen, genau, weil ich das irgendwie, das war so befreiend. Mhm. Ich glaube auch, eh, Lachen, äh, wir haben das von Anfang an verklärt, dass Lachen positiv konnotiert ist und Weinen negativ. Jeder, der mal richtig geweint hat in der Drucksituation, weiß ja, wie befreiend das ist. Das ist ja nichts Negatives. Und Lachen ist auch oft, ähm, wenn jetzt in irgendein, wenn es um irgendein schweres Thema geht, keine Ahnung, ähm, ähm, bestes Beispiel ist ein Leichenschmaus, dieses furchtbare Wort. Aber ich war auf drei Beerdigungen in meinem Leben und ich weiß nicht, ob du das auch so, du warst bestimmt auch schon mal auf einer Beerdigung, ähm, wie gelöst diese Stimmung auf einem Leichenschmaus, so war das bei mir auf jeden Fall immer, dass die besten Anekdoten erzählt werden. Es wird gelacht, es wird, äh, Bier getrunken, Schnittchen gegessen, die Leute lachen sich kaputt und erzählen sich nochmal das Schönste und das ist so richtig befreiend, weil eben war es so bedrückend. Mhm. Alle versuchen irgendwie nicht zu weinen und so und haben, die Taschentücher gehen durch die Reihe und auf dem Leichenschmaus dann dieses Lachen und ich glaube nicht, dass das unbedingt was Positives in dem Moment ist, sondern es einfach befreiend. Das ist einfach eine Reaktion vom Körper auf was, was er, was ihm nicht gefällt, diesen Druck im Brustkorb und das wird entweder mit Lachen oder Weinen gelöst, meiner Meinung nach und dann, ähm, ja, und ich glaube Humor ist einfach, Humor ist eine ganz wichtige Waffe. Um zu lösen. Ja. Kannst du weinen? Ja, das ist super. Ja. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut, ja. Also, aber worüber? Filme und so? Also da bist du... Forrest Gump, also der trivialen Film, Forrest Gump am Ende, weine ich immer, wenn diese Feder da wieder hochfliegt und er seine Jenny beerdigt hat, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilert, äh, da muss ich immer weinen, immer. Ja. Und weil wir gerade so ein bisschen über Humor und auch in dieser Zeit sind, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass Habe Kerkeling, der hat Ende letzten Jahres, da hat er, ich glaube, es ist JQ Awards gewesen und dann hat er so auf der Bühne gesagt, ja, das ist, dass er eigentlich gar nichts mehr sagen kann, gar keine Witze mehr machen kann, niemand kann mehr irgendwas sagen, ohne dafür einen Shitstorm zu bekommen, hat das so. Also, ein wenig auch auf Barbara Schönebergers Problem mit geschminkten Männern gemünzt und war so ganz vorsichtig und war aber auch so, war so giftig darüber. Ja, ähm, wie siehst du das, kann man jetzt über alles Witze machen, wo hört das auf? Das ist ja, also das ist ja wirklich die Frage, über die wir wahrscheinlich gerade alle so nachdenken. Und ich, also das muss man jetzt so breiter sich befassen mit dem Thema. Also ich, ähm, hm, ich glaube, das Geheimnis dieser Frage ist, dass wir sie nicht beantworten können. Ähm, ich, 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 mir, mir konnte bislang noch niemand perfekt erklären, was jetzt Satire darf und was nicht. Was sind so Erklärungen, die du bekommst? Naja, es geht auf, ich hab jetzt einfaches Beispiel, ich war in irgendeiner Redaktion, da ging's darum, äh, wir machen jetzt bitte keine Witze über Fettshaming, also über übergewichtige Leute, weil, geh ich auch mit, weil ist gut, weil das kann nicht der einzige, kann nicht der einzige Gag sein. Aber diese Leute haben dann fünf Minuten später sich ein Gag geschrieben über Mesut Öselts Augen. So, und dann denke ich so, hä, das ist doch genau das, also vielleicht bin ich auch zu blöd, aber für mich ist das genau dasselbe oder das gleiche, ähm, die gleiche Problematik. Der kann auch nichts dafür, dass er etwas größere Augen hat, was ich überhaupt erstmal nicht so schlimm finde. Und, äh, daran merkst du, dass wir die Themen halt, dieses Agenda-Setting, die Themen halt auch so setzen, wie sie uns dann, glaube ich, so ein bisschen passen. Also man sagt ja immer, Satire darf, soll jetzt die da oben so ein bisschen aufrütteln und auch, darf sie auch verletzen und muss irgendwas, muss ein Werkzeug sein für etwas. Aber trotzdem machen ja große Satire-Magazine sich auch oft über das Aussehen von irgendeinem Politiker lustig. Ja. Und das verletzt den ja als Menschen auch. Klar, das geht dann um sein Amt, aber wenn es darum geht, dass Peter Altmaier dick ist, sitzt der vielleicht auch zu Hause und findet das scheiße. Weißt du ja nicht. Ja. Also damit will ich nicht sagen, macht euch nicht darüber lustig, sondern ich finde dieses Thema ist ganz schwer. Also ich glaube, es geht ganz viel um Taktgefühl, das ist ein wichtiges Wort in dem, äh, in dem Zusammenhang, dass man, wenn ich jetzt an einem Tisch sitze und weiß, äh, schräg gegenüber sitzt mir jemand, dessen Vater gestern überfahren wurde, mache ich jetzt keine Witze über diesen SUV-Unfall in Berlin. Ja. So. Das ist Taktgefühl. Wobei natürlich, aber klar, wenn wir in einem geschlossenen Raum sind und da ist ein Tisch und da ist ein Essen und da sitzt jemand da gegenüber, völlig klar. Aber in dem Moment, wo, ohne das jetzt zu bewerten, gar nicht, in dem Moment, wo du Instagram aufmachst oder einen Podcast sendest und darüber redest, dass man mit geschminkt, dass ich mit geschminkten Männern nichts anfangen kann. In dem Moment gehst du ja nach draußen, da ist dieses Taktgefühl ja ganz schwierig, weil du nicht mehr... Exakt. Deswegen, was ist dann die, genau, was ist die, was ist die Antwort darauf? Ich finde es ganz schwer. Ja, ich finde natürlich die Sache mit Barbara Schöneberger zum Beispiel, was mich da, also ich finde erstmal das, was sie gesagt hat, damit stimme ich überhaupt nicht überein, also das finde ich halt komplett anders, finde es auch Blödsinn. Aber ich denke dann immer, damit hat es sich doch. Also gerade in dieser hyperventilierten Meinungszeit, nenne ich es jetzt einfach mal, wo dann, ich glaube der Beisenherz hat das ganz gut gesagt, sinngemäß, dass wenn die Lautstärke der Kritik, egal ob jetzt Höcke irgendwas sagt, was rassistisch ist, zum Beispiel, oder Barbara Schöneberger über geschminkte Männer sagt, wenn die Lautstärke der Kritik gleich ist, dann haben wir ein Problem, weil das darf halt nicht, das darf halt nicht sein. Sie muss dafür, ich habe es auch in einem Podcast mit Felix gesagt, Lars Eidinger hat ja diese Werbung mit der Aldi-Tüte gemacht und sich fotografieren lassen vor Schlafstätten von Obdachlosen, fand ich auch blöd. Also ich persönlich fand es blöd und ich fand die Kritik auch gerechtfertigt, aber dann ist es doch gut. Also dann las ich bei Twitter so, Lars Eidinger kann weg und sowas, das ist doch ein Mensch, der kann doch nicht weg, der kann doch einen Fehler machen. Es muss doch einen Lerneffekt geben, ja und es wirkt so vernichtend. Und deswegen aber trotzdem ist dieses, man darf nichts mehr sagen, halte ich aber für Quatsch, wenn Leute das sagen. Weil ich glaube, man durfte noch nie so viel sagen wie jetzt, ich glaube, dass einfach zwei Thematiken immer miteinander vermischt werden. Einmal die Thematik, AfD-Menschen und solche Leute sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen und so. Dann denke ich mal, nein, das war auch schon früher rassistischer Quatsch und rückständiger Quatsch. Das ist Bullshit. Ihr tariert doch gerade in jeder Talksendung aus, wie weit man gehen kann mit eurem Quatsch. So Dinge, die man sich nicht mehr getraut hat zu sagen, sagen die ja einfach. Und wenn die sagen, man darf gar nichts mehr sagen, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Die dürfen ja leider gerade zur besten Sendezeit überall ihren Quatsch verzapfen. So, dann gibt es aber eine ganz andere Thematik und das ist diese Twitter-Welt zum Beispiel, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ist jetzt immer einfach, auf Twitter zu hauen. Twitter ist auch ein tolles Medium eigentlich, aber da gibt es halt so Bubbles, die halt so sind. Und das ist eine ganz andere Thematik. Da ist es oft so, dass Leute halt durchs Dorf gejagt werden. Und wenn man, glaube ich, mal in dieser Situation war, durchs Dorf gejagt worden zu sein, wie jetzt war aber Schönewerger oder Kerkling oder auch immer, ich weiß nicht, ob das so war. Wenn der dann sagt, man darf gar nichts mehr sagen. Dann meint der was völlig anderes. Was völlig anderes. Aber diese Thematiken werden dann oft in der Kritik übereinandergelegt. Dabei sind das zwei völlige verschiedene Themenwelten, meiner Meinung nach. Super Punkt. Also das ist so, weil das der gleiche Wortlaut ist, sagt man dann, natürlich darf es nur alles sagen. Das klingt ja direkt wie AfD und sonst wie. Das stimmt aber nicht. Das ist eine andere Welt. Zwei völlig verschiedene Blasen. Super Punkt. Und das ist so eine, das stört mich so ein bisschen. Und ich finde, wir müssten wieder zurückkommen dazu, dass man, wir haben halt alle ein Sendungsbedürfnis. Alle senden Instagram, Twitter, Facebook, den ganzen Tag Fernsehen, Radio. Wir sind alle irgendwie Medienplayer. Jeder ist ein Journalist. Und wenn man da was sagt, macht man natürlich auch oft Fehler. Man macht mal einen falschen Tweet, man haut mal einen falschen Satz raus, einen blöden Satz. Und dann müssen wir da zurückkommen, dass jemand kritisiert wird. Aber trotzdem kann man auch mit dem noch am Tisch sitzen. Also das wirkt dann immer so, als wäre Lars Eidinger als Persona noch ein Grater. Der hat halt einen Fehler gemacht. Das ist doch gut. Hat er doch gelernt. Barbara Schöneberger hat auch gemerkt, okay, ich muss es wahrscheinlich anders formulieren. Nicht als Appell, schminkt euch nicht. Sondern meine Meinung ist, geschminkte Männer finde ich nicht so toll. Was ich auch Quatsch finde. Aber es ist halt ihr Ding. Dann muss sie halt auch damit klarkommen, dass es Leute blöd finden. Aber dann ist es auch gut. Das nervt mich halt enorm gerade. Wie machst du das, wenn du, ich meine, du brauchst ja eigentlich eine große Leichtigkeit und eine große Freiheit, um lustig sein zu können. Also das ist ja dann, wir lachen ja immer dann, wenn wir uns, wenn es besonders, wir haben es ja schon gesagt, wenn es befreiend sein soll. Das heißt, das muss ja auch derjenige, der den Witz macht, der muss ja auch irgendwie befreit sein. Wie schaffst du es, dass du befreit da sitzen kannst und sagen kannst, das ist der Witz, den ich jetzt mache. Auch bei gemischtes Hack. Ihr redet ja los, ihr bereitet euch nicht aufeinander vor, sondern da kommt ja irgendwas, das schießt ja so raus. Wie machst du das, dass dich das nicht behindert? Das ist eine gute Frage, weil oft behindert es mich auch. Also ich sage auch viele Dinge nicht. Die du im Kopf hast? Ja, und bei vielen Dingen denke ich so. Du sagst ihnen nicht, weil du Angst hast, das? Nee, weil ich dann wirklich denke, das könnte jetzt jemand, das ist unnötig, das ist unnötig verletzend oder das zielt auf nichts Gutes ab. So, das rüttelt nicht auf, das trifft jetzt niemanden, der es verdient hat und dann bin ich ruhig. Ähm, 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 aber sonst, ja, wir sind da, Felix und ich sind da in so einem Raum irgendwie, den wir uns geschaffen haben, wo wir wirklich so eine Art von, nee, Locker Room Talk ist jetzt das falsche Wort, das ist falsch blöd konnotiert durch Trump, aber ich meine, wo wir einfach so reden, wie wir halt sind. Und, ähm, ähm, da lasse ich mir ja eigentlich so gar keine Grenzen im Kopf machen irgendwie. Also da, da haue ich eigentlich alles raus, denke dann aber oft nach Sendungen so, uiieieiei, ob das jetzt, das hätte sein müssen und so. Aber ich glaube, das funktioniert da aber auch gut oder geht, da müssen wir uns vielleicht auch nochmal unterscheiden, weil genau das auch, man merkt das ja, ne, wenn wir jetzt, wir reden jetzt auch so drauf los ein bisschen und man guckt, man wandert so gemeinsam und sendet das sofort. Ähm, und ich glaube, wenn es aufgeschrieben ist, wenn es bei Twitter ist, wenn es irgendwie nur ne 30 Sekunden sind, dann hat das so eine andere Kraft, wenn wir jetzt zwischendrin einen Satz sagen, der ein bisschen komisch ist und zwei Minuten später nochmal sagen, ah, das war ja Quatsch, dass ich das so gedacht hab, dann ist das, dann kriegt man das so hin und ich glaube, man kriegt auch diesen Transfer als Beobachter oder Zuhörer von außen. Total und ich glaube, was ganz wichtig, was auch das, äh, das Geheimnis von Podcasts ist oder das Erfolgsgeheimnis sogar, dass, ähm, dass es halt immer ein Korrektiv gibt, ne, dann in dem Fall Felix oder für Felix mich oder Jan oder Olli. Und, ähm, das, ähm, das ist schon wichtig, wenn Felix irgendwie über die Schlange schlägt, über die Schlange schlägt, dann, äh, dann kann ich intervenieren und umgekehrt genauso und ich glaube, dass, äh, das meine ich mit Erfolgsgeheimnis von Podcasts, dass du ja zu Hause sitzt oder im Auto oder im Fitnessstudio, wo auch immer du dir das anhörst und wenn dann jemand einen Monolog hält, würdest du ja dann intervenieren und sagen, ey, was red ich denn für eine Schmitter, für eine Scheiße, Alter, ist der, ist der bekloppt. Und in dem Moment sagt Felix genau das und dann bist du einfach so, ah ja, so, nehm ich, ja, nehm ich recht, so, 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 stelle ich mir das vor, so ist es bei, wenn ich Podcasts höre. Ja. Ähm, und, äh, umgekehrt eben genauso und das ist, glaube ich, ein, ähm, das ist ganz wichtig, dass man so ein Korrektiv dabei hat. Und wenn du dann schreibst, wenn du für, für Twitter schreibst, für dich oder wenn du auch für, ähm, Luke Mockridge oder wem auch immer schreibst, ähm, dann ist es ja, dann gibt es es ja nicht, ne, dann gibt es ja eigentlich erst mal du, der da vor dem Blatt Papier ist mit dem Stift in der Hand, hast du schon erzählt und, äh, dann loslegt, ähm, streichst du dann viel weg, eben auch genauso aus so einem, ah, ne, kann man gerade nicht machen, ist gerade irgendwie doof, ähm. Ja, klar, also wenn ich, egal jetzt, ob ich Stand-up, wie du gesagt hast, bei Luke arbeite oder bei Klaas, bei Late Night Berlin, ähm, dann, äh, dann hast du schon so ein, so ein, äh, dann schon so ein Korrektiv-Taktgefühl im Kopf, wo du sagst, das geht jetzt nicht, das ist zu hart oder das passt auch nicht in die Sendung, das ist ja die Autorenleistung, wenn du sagst, das passt nicht in die Sendung. Mhm. Also es passen ja andere Gags zu Person A als Person B, also das ist ja das Autorending dann im Hintergrund, bist ja ja eine Art von Dienstleister. Dass du dann weißt, das geht und das geht jetzt nicht, auch nicht nur im Sinne von des Moderatoren, sondern auch im Sinne von aktuelles Zeitgeschehen. Ja, ja. Ich wollte eigentlich schon über einen Podcast reden, dann sind wir zum Fußball, über Humor, ähm, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Podcast. Ja. Äh, gemischtes Hack. Was war die Ursprungs-Story? Die kenne ich nicht. Also wie seid ihr zusammengekommen, ihr habt's, also das hatten wir, also das weiß ich auch, es ist nichts geplant gewesen, also es ist nicht geplant gewesen, dass ihr Europas einflussreichster Podcast werdet. Also nehme ich mal mit in den Gründungs- Ja, das war so, wie eure Band sich gegründet hat. Wie Band, äh, wie Band wieder zusammengebracht. Ähm, nee, ich hing, äh, wie es dann immer so ist, in der, in der, wenn du in Köln in der Medienbranche tätig bist, dann hängst du immer auf so gewissen Veranstaltungen ab. Bei mir war's dann an dem Tag Nightwash, da war ich und hab mir so Leute angeguckt, war da Backstage und, ähm, dann ist Felix da aufgetreten an dem Tag. Und wir haben vorher schon mal so ganz kurz auf Facebook, glaube ich, die Älteren erinnern sich, ähm, miteinander geschrieben, aber nur so kurz und haben dann, wussten dann halt, das war halt der Eisbrecher, wussten, wer der andere ist und kamen direkt so ins Schnacken. Haben rumgelabert und sonst wie und, äh, hatten einen guten Vibe einfach und dann haben wir danach, äh, nochmal so bei Facebook geschrieben, ähm, und dann, ähm, äh, weiß, wissen wir beide nicht mehr genau, haben wir jetzt irgendwo gesehen, wer jetzt den, äh, den, den, den Stein ins Rollen gebracht hat, aber irgendjemand hat gesagt, lass mal, lass doch mal einen Podcast machen, ist doch gerade irgendwie interessant. Ich glaube, ich hab's gesagt, glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde, also, ich würde, also, ich würde, die Story ist das geiler, ich hab's gesagt. Ich würde es auch tatsächlich glauben. Ja. Wenn ich wetten sollte, dann würde ich das sagen, dass du, der Initiator, das sagst. Und Felix und ich waren beide so, dass wir direkt gesagt haben, wir sind aber keine zuverlässigen Typen, also wenn wir das machen, dann müssen wir uns jetzt hier die Hand drauf geben, dass das jetzt jeden fucking Mittwoch kommt. Ich komme, was wolle. Und dann haben wir das gemacht und wir haben dann, äh, erstmal keine Technik gehabt. Dann haben wir, ähm, die erste Folge aufgenommen bei Hazel Brugger in der Küche. Die hat uns das alles zur Verfügung gestellt und haben da die, äh, Folge aufgenommen und dann hatten wir relativ zügig, also ich hatte damals so eine Facebook-Seite, die so, was hatte ich da für Follower, so 25.000 oder so, schon ordentlich, aber. Oh, die hattest du schon. Okay, ja, ja. Also ich hab immer so Gags geschrieben, so ein bisschen. Und so, aber so eine normale Reichweite, Felix, so ein bisschen mehr. Und dann haben wir halt relativ zügig so, ich glaub, bei der ersten Folge direkt so 8.000, 9.000 Hörer gehabt. Weil die Leute so, hm, was, wie klingen die denn? Oder ich weiß nicht mehr wieso. Und, ähm, dann ist das so sukzessive einfach gestiegen. Und dann haben wir immer, aber wirklich, wir haben uns ja vorgenommen, immer mittwochs aufzunehmen. Das hieß dann auch oft, äh, also ich als Autor, Tätigkeit so klassisch 8 to 5 eigentlich, wenn ich irgendwo in einer Redaktion gebucht bin oder so. Und Felix. Auch wirklich, ganz kurz, du sagst das ganz oft 8 to 5. Ja, schlimm, ne? Nee, ich finde das völlig in Ordnung, aber ich kenne keine Redaktion, die 8 bis 5 Uhr arbeitet. Ja, stimmt. Ja, sag mal 9 to 6. Ähm, nee, und Felix, ähm, Felix arbeitet halt abends. Auf der Bühne. Heißt, wir hatten wenig Punkte, so, fuck, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Und es kam vor, dass wir, ich mir den Wecker gestellt habe und wir dienstags um 4 Uhr morgens, ja, diese Folge, weil wir uns, obwohl ich halt nie so ein, ähm, äh, zielstrebiger Typ eigentlich bin, bei nichts. Aber da war ich irgendwie so, das war wie so eine fremde Kraft, so, mach das. Und dann bin ich halt aufgestanden, dann haben wir das aufgenommen. Und dann kam das, ich glaube, das ist auch ein, das machen halt viele Podcasts falsch am Anfang, dass sie halt, wir kommen am Montag, sagen wir drei Wochen nicht, dann Dienstag. Bei uns war immer klar, mittwochs gibt es diese Folge, egal was passiert, wir machen, wir haben, glaube ich, drei, wir haben 2017 im September angefangen und ich glaube, bis heute dreimal ausfallen lassen, glaube ich, insgesamt. Was enorm ist, weil wir ja wirklich die ersten zwei Jahre das nur für uns gemacht haben, nur, da ist ja nichts bei rumgekommen, außer jetzt PR, wenn du so willst, für uns persönlich. Aber das heißt, ich dachte eigentlich, dass der Felix Lobrecht da schon erfolgreicher und größer war in dem Moment. Ja, der war schon, der war auf jeden Fall, war er erfolgreich, auch ein Gesicht und so, ist auch ein hübscher Kerl. Ne, und definitiv, ja, aber es ist, also, war jetzt nicht so groß wie jetzt natürlich, also, das kam natürlich auch dazu, klar. Ne, aber ich habe das, habe ich das anders in Erinnerung, ich dachte, der wäre schon, das wäre schon eine, so, so, also, ich hatte das, ich kannte seinen Namen auch schon, ich kannte dich gar nicht. Ja, ne, er war schon ein Ding, definitiv, klar, aber jetzt nicht so, dass man jetzt nicht so jeden Tag auf der Straße erkannt hat, das hat er mir mal erzählt. Du bist, das hast du schon ein paar Mal gesagt, ja, auch hier schon so ein bisschen angedeutet, ja, eigentlich nicht jemand, der für sich selber auf so Erfolg geschielt hat, also auch nicht auf Rampenlicht, sondern im Hintergrund und eher Menschen dabei helfen, lustig zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie sich das eigene Bild von Erfolg, auch von Ehrgeiz und auch von dem eigenen Horizont, wie sich das verändert, wenn man plötzlich, eben, obwohl man das gar nicht vorhatte, ich sage es nochmal, Europas einflussreichster Podcast wird. Ja, wir sind wie die Jungfrau und zum Kind, ne, also, ich, meine Idee, also, ich hatte, wir hatten ja nie eine Idee, wie der Podcast werden sollte und kein, kein Businessplan und kein Erfolgsgeheimnis und so, dann wissen wir keine Meilensteine, irgendeinen Mist, sondern es war wirklich einfach so, neben unserer normalen Tätigkeit als Autor und als Stand-Up-Comedian, wäre es doch geil, das war das Einzige, worüber wir immer vorher geredet haben, ist doch eigentlich ein geiler Cocktail, so jemand von hinten, Backstage, der so in dieser Medienwelt ist, zwischen Berlin und Köln und so ein Berliner Stand-Upper, der voll auf der Bühne steht. Ja. Werde, ne, ist ja klar, aber ich kann nicht drüber nachgedacht, ich dachte, ich könnte jetzt immer so der im Hintergrund, aber das, dann hatten wir halt auch Live-Auftritte, jetzt insgesamt, glaube ich, fünf hatten wir oder so, es steht immer überall, wir würden auf Tour gehen, das finde ich immer sehr, äh, prätentiös, so, das ist so, wir waren nie auf Tour, wir hatten mal zwei Termine hintereinander, glaube ich, ähm, ne, und da, also, ja, dadurch ist es irgendwie so gekommen, und ich weiß auch genau, wie das war, dass ich irgendwie, ähm, das ist noch gar nicht lange her, das war Anfang 2019, bin ich in Köln durch den Rewe gegangen und musste auf dem Weg von, von Tomate und Gurke bis zur Kasse drei Fotos machen, und da dachte ich so, okay, irgendwas verändert sich hier gerade, was ich nie wollte, das bin ich ganz ehrlich, das war, ich war nie jemand, der das Licht gesucht hat, also ich war dafür, also ich hatte ja oft die Möglichkeit, irgendwie in Produktionsfilmen, wenn ich tätig war, zu sagen, ey, darf ich nicht auch mal dafür nicht, das war nie mein Ding. Ja. Ich wollte nie, ähm, so vor die Kamera oder sowas, weil ich, das fand das geil, Dinge zu planen, auch im Abi schon, ich hab immer Ideen gehabt für den Abi-Scherz und Abi-Motto und so, aber nie auf die Bühne. Ja. Und deswegen war der Job eigentlich perfekt, und jetzt bin ich irgendwie dazu gekommen, so ein bisschen mehr, ähm, im On, sagt man ja, so schön, äh, zu machen, und das macht mir auch Bock, also bin ich ganz ehrlich, es macht Laune, diese Bühnenauftritt, ich hatte auch null Lampenfieber, zu Beginn Lampenfieber, dann gar nicht, oder Late Night Berlin, als wir da zu Gast waren, das hat einfach Spaß gemacht, und so eine Mischung aus beiden Welten, finde ich irgendwie ganz charmant, also mal gucken, wie lange das trägt, dass man so, ähm, Autor und, ähm, Teil eines, ja, so erfolgreichen Podcasts sein kann, dass das klappt, ähm, aber bislang läuft's ganz gut so, also ich find das irgendwie ganz cool, weil ich schreib halt super gerne, ähm, auch kleine Sachen einfach, auch schnell Gags und, und für Stand-Ups und, äh, für Shows und Sendebücher und, äh, sowas find ich auch cool, ähm, aber find auch cool, diese direkte Resonanz zu kriegen, entweder durch Bühne, oder, also, mit dem Podcast, ich mach jetzt kein Stand-Up, oder so, das liegt mir, glaub ich, nicht, ähm, oder durch Instagram, oder, ähm, Artikel, die über uns veröffentlicht werden, so, das ist, das ist schon interessant, und macht schon Spaß, also. Und hattest du deinen, deinen Raum, also, deinen Raum der Möglichkeiten auch total vereinert, in dem Sinne, ne, wenn du denkst, okay, du bist Autor, dann ist irgendwie, ja, toll, ich schreib jetzt für Luke und ich schreib jetzt für Ledner, das ist ja schon super, und jetzt merkst du aber, da hören jede Woche, weiß nicht, 500.000 Leute zu, ähm, mehr, 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 mehr. Wie viele Leute hören da zu? Schon so, ähm, ich weiß nicht, aber, kannst du, also, mal, kannst du Mathe, wenn du das multiplizierst? Sag einfach, sag einfach die Zahl. Ich glaub mal zwei. Also eine Million. Ja, ungefähr. Pro Sendung. Ja, so wie ich es richtig verstanden hab, ja. Können wir da noch mal jemanden, kann da jemanden machen? Dann haben wir den hart, aber fair Fakten checken morgen, und dann gucken wir, ob das hier rausgeschnitten wurde. Ja, also. Aber ich glaube, ja. Okay, also das hören jetzt vielleicht, also, vielleicht hören das eine Million Menschen, was ja vorher, bei den Sachen, die du gemacht hast, also, es war ja nicht der Horizont, dass da etwas, was du machst mit deiner Stimme, mit deinem modernen Gesicht, dass das irgendwann mal so viele Menschen hören werden, aber ändert das auch den eigenen Ehrgeiz? Also, wenn du Fußballer bist, du denkst, oh, ich kicke so ein bisschen, plötzlich merkst du so, oh, ich spiele ja plötzlich hier. Ja. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Okay. Also, ich glaube, das ist ja, das ist einfach eine sehr gesunde Form des Bekanntwerdens, ist, glaube ich, so Audio. Ja. Weil du einfach, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist, jetzt versuche ich mal zu rechnen, ich nehme irgendwie das Mikro in die Hand und dann stelle ich mir zehnmal das Westfalenstadion in Dortmund vor, die hören ja alle zu. Ja. Ab dem Moment. Ja. Wenn ich die alle sehen würde, dann würde mir wahrscheinlich den Fleck in der Hose, aber so denke ich dann so, hoi, Felix, na, alles klar, sitzt irgendwo in meiner Küche und ich glaube, das ist so ein, da hast du gar nicht so die Muße irgendwie jetzt so, jetzt will ich aber den nächsten Schritt, jetzt will ich die große Samstagabendshow oder so, weil das ist ja eine ganz andere, ist ja eine kuriose Welt, die da entstanden ist einfach so, die es auch noch nicht gab vorher, so Podcast. Aber es kommt ja so mit, du hast also jemand wie Atze, der ist ja auch nicht, hat ja auch nicht angefangen auf einer Bühne, weil er gedacht hat, da wird jetzt mal die große, weiß nicht, RTL oder so Show draus und das nicht, sondern das kommt ja dann so alles nach und nach, sind die Sachen, und jetzt spielt er dann doch in einem großen Stadion und steht da über, mittlerweile 20, 30 Jahre macht er das jetzt schon. Das habe ich mich bei dir gefragt, ob dann irgendwann so anfängt, so einen Ticken weiter zu träumen. Träumen nicht, ich habe auch schon, auch als ich gar nicht den Drang hatte, nach vorne zu gehen, habe ich schon immer gesagt, also das ist eine Floske, aber sage ich niemals nie, weil du weißt ja nicht, was kommt. Ich finde auch diese Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, ist halt in der Medienbranche halt absurd. Also das kann man ja nicht beantworten, das geht nicht. Ich kann ja auch nicht, ich weiß ja nicht mal, was ich im Oktober mache oder ich weiß nicht mal, was ich im Juli mache, keine Ahnung. Deswegen ist das schwierig zu beantworten. Aber klar, man kriegt schon Bock, so mehr zu machen, aber nicht dieses so, so Leute, jetzt bin ich auch da, so Platzhirsch mäßig, so ich habe hier einen Podcast mit einer Million hören, was glaubt ihr eigentlich, weil dafür bin ich viel zu sehr von der anderen Seite kommend, von uns Autor, redaktionell denkend und denkst so, ja das ist eine ganz andere Welt. hier in einem Fernsehstudio vor Kamera, das ist nochmal etwas ganz anderes als zu Hause in der Küche halt ein paar Gags zu machen. Das sind glaube ich zwei völlig verschiedene Welten. Bewegst du dich aber anders? Also wenn du rausgehst, ist du ja, wenn du bei Rewe bist, ist es jetzt halt, kannst du ja, weißt du ja, so Gurken ist jetzt schwierig. Du meinst wegen erkannt werden? Nee, eigentlich nicht. Also auch optisch, ne? Also es ist so ein bisschen, also sagst du, ich kann, also ja, Moment, also wenn ich jetzt hier. Ach so, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand ein Foto macht. Nee, was ich aber witzig finde, ich war der eitelste Mensch überhaupt, was Fotos angehen früher. Wirklich, ich war so einer so bei Hochzeitsfotografien, obwohl ich nur eingeladen war, so bei dem Hochzeitsfotograf, zeig mal, nee, da machst du nochmal eins oder so. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, lässt auch tief blicken. Und dann, mittlerweile ist das dann so, dass mir das halt so egal ist, wenn da jemand sein Handy schnell, ich kann mir ein Foto machen, ich will gar nicht wissen, wie viele hässliche Fotos es von mir gibt, da kriege ich gerade wie Bill Börse einen Schreianfall. Du bist auch rot. Nee, aber das ist mir völlig wurscht. Wie ist das für deine Freunde? Wenn ihr jetzt, ich meine, wenn du jetzt, Kumpel sind unterwegs, ihr seid unterwegs und ihr geht zum Fußball und ihr wollt eigentlich eine schöne Zeit in Mannheim haben und dann ist dann plötzlich der eine, denn es gibt ja auch diesen wunderschönen Beitrag mit dir und Hazel, wo ihr unterwegs seid in Osnabrück und wo dann ein Auto vorbeifährt und schreit. Und das ist ja dann irgendwie, ja, also wie verändert das? Freundschaften, Beziehungen? Ich glaube gar nicht so sehr, also meine Freunde waren immer so, dass die mich eigentlich, weil ich auch nicht viel andere Sachen kann, die waren auch immer sehr, mich immer sehr dazu getrieben, so mach doch mal jetzt, du musst, also ich bin einer dieser, dieser Kids früher gewesen, wo alle immer gesagt haben, der muss mal irgendwie zum Fernsehen und zum Radio. Ich habe halt schon mit acht immer Leute imitiert und Szenerien beschrieben und so und meine Eltern so dachten, hey, was ist das denn für ein, was ist er, was haben wir da? Töte es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber nee, ich glaube, das hat sich gar nicht so viel, hat sich gar nicht so viel verändert, für die ist das, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt hier wie Lady Gaga durch die Stadt laufe und jeder erkennt mich, also es ist ja schon noch extreme, es ist ja so eine Darstellungsform Prominenz, es ist ja so Podcast Prominenz. Das verstehe ich, aber das ist. Die einzigen Leute, die wissen, wie ich aussehe, sind die, die mir gleichzeitig noch bei Instagram folgen. Das sind ja aber auch irgendwie, jetzt sage ich wieder eine falsche Zahl. Ich weiß nicht, wenn die Folge online geht. In zwei Jahren, das sind dann auch 500.000. Nein, aber es ist, also ich habe es dir ja schon gesagt, also bei uns waren heute, die Damen waren erfreut, dass der Tommy Schmidt heute vorbeikommt. das will ich hören. Ja, also deswegen, also für dich, mir ging es ja eher um den Blick der anderen. Nee, ist glaube ich relativ entspannt. Ja. Es ist aber wirklich nicht so wild. Und das, was ich auch sagen wollte mit Darstellungsformen, Bekanntheit, dass die Leute, die mich ansprechen, mir auch wohlgesonnen sind. Also da kommen halt Leute, die sagen, ey Tommy, finde ich geil, was du machst. Es kommen auch ganz viele, die überhaupt gar keine Fotos machen wollen. Die wollen einfach nur kurz das sagen. Wenn du dann aber jetzt plötzlich den Schritt raus wagst und auch einen anderen, da sind wir wieder Darstellungsform im Fernsehen, sonst wie, dann kommen halt auch mal Leute und Zuschriften von Leuten, die dich halt kacke finden. Ja. Das kenne ich noch gar nicht. Du wolltest diesen Erfolg ja eigentlich nicht. Also auch ihr beiden habt es ja nicht angefangen, um eine Million Menschen zu haben. Jetzt habt ihr das. Und hast du auch wieder, gibt es eine Angst, das wieder zu verlieren? Nee, jetzt wo es läuft, denke ich auf keinen Fall. Ich weiß aber nicht, ich bin jetzt auch nicht naiv. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es abäppt. Keine Ahnung. Also ich bin aber auch nicht naiv, weil ich weiß halt, es kommen ja auch wieder, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, zwei Jahre sind da, oder vielleicht noch früher, zwei noch freshere Mädels oder Jungs, die das machen und das ist auch gut so, weil so ist das halt. Das ist der Lauf der Dinge. Also ich mache mir auch nichts vor und denke, ich bin jetzt Podcast, ich finde das eh unangenehm, das zu sagen. Podcast ist wirklich ganz komisch, super unangenehm. Das ist auch, ich habe da echt Probleme mit, dass ich damit so den Schritt rausgewagt, nicht gewagt, sondern gar nicht bewusst, sondern irgendwie da so rausgetrieben wurde durch den Podcast, weil jetzt bist du halt so Podcaster, das ist so wie YouTuber, das hat so ein Geschmäckle. Also ich will nicht sagen, ich schäme mich dafür, aber es klingt halt echt merkwürdig. Ich habe neulich der L Freundin ein Interview gegeben und im Teaser stand dann, wir trafen Podcast-Guru Tommy Schmidt. Ei, 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 dachte ich mir, als ich das gelesen habe. Das ist, ich finde, wenn man da hinkommt, wir trafen Mensch, Matze Hilsche oder Mensch, Tommy Schmidt, das wäre das Beste. Das wäre das Beste. Ohne, ohne, einfach Matze Hilsche. Ja, das ist besser. Das ist viel, viel besser. Aber wann ist das eigentlich so, dass man nur noch sagt, Thomas Gottschalk und nicht, wir trafen TV-Moderator. Aber es ist immer noch Titan und TV-Legende und so weiter. Das ist irgendwie, nimmt irgendwie nicht ab. Ich glaube, weil vor allen Dingen, ich glaube für die Menschen da draußen, die wissen natürlich, also niemand liest ja den Artikel über Tommy Schmidt, wenn der Tommy Schmidt nicht kennt. Der liest ja nicht, ach Podcast, ach dann. Ja, voll. Und ich glaube, das ist so eine Redakteursdenke, man muss die Leute ja mitnehmen. Man muss alle abholen. Man muss alle abholen. Genau. Und ich glaube, das ist natürlich völliger, also niemand denkt, wenn er gemischtes Hack hört, die beiden Podcast-Gurus, sondern Tommy und Felix und das ist es dann auch. Ich glaube, also das ist dann auch gut. Aber warum ist das so? Warum ist man wohl so, dass man sich da so, das nicht so gern hört? Weil das ist ja eigentlich eine ganz normale Sendung. Ich glaube, wenn ich jetzt Radiomoderator, würde ich das so in die Welt rausschreien, wahrscheinlich. Ja. Ist das so dieses Neue, dass man nicht so Influencer- YouTube-mäßig wirken will? Nee, ich glaube, es liegt daran, dass wir so alle so, ich sage das so ironisch ein bisschen, hoffentlich merkt man es, dass wir alle so Regenbogen sind und alle so ganz viel sind. Wir sind ja nicht nur Podcaster, wir sind ja auch ganz viel andere. Aus Eitelkeit finden wir das Glück, meinst du? Ich glaube, es hat auch was damit zu machen. Ich will mich ja nicht begrenzen lassen, eine Schublade, nee, also das ist ja auch nicht. Also ich bin ja noch. Stimmt. Ich mache auch noch ganz andere. Ich mache noch ganz viel, also das ist ja nur so ein ganz kleiner Teil. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun. Und da... Wenn es einen Artikel über dich geschrieben wird, findest du ja cool, der Unternehmer, Mats Hild, wie würde das klingen? Ich bin da mittlerweile, mir ist es wirklich, also dadurch, dass es ja so unterschiedliche Anknüpfungspunkte gibt, ist mir das total egal. Schreib, was du willst. Und natürlich ist es mir am allerliebsten, wenn es einfach irgendwann Matze ist. So und gar nicht so ein, weil ich ja auch weiß, also meine Eltern verstehen gar nichts von dem, was ich mache. Und mein Sohn denkt zum Beispiel, dass ich Podcaster bin. Weil das ja dann auch zu Hause meistens das Thema ist. Also wem habe ich heute getroffen oder wen habe ich interviewt oder so. Und dann reden wir am Tisch drüber und dann... Hört ihr das auch? Nee. Okay. Hört deine Frau das? Meine Frau hört das, ja. Herzliche Grüße. Von ihr an mich oder jetzt an Sie? An alle. Begrüßen jetzt an der Stelle. Herzliche Grüße an alle. Frau Matze. Frau Hüben. Nee, das geht nicht. Frau Hüben, bitteschön. Das ist ja früher ja immer so, wenn jemand einen Doktor hatte, dass die Frau dann auch ein Frau Doktor, bla bla bla. So als wäre es irgendwie so ein Mensch zweiter Klasse. Ganz unangenehm. Wilde Zeiten damals. Das war alles damals. Ich habe mich das nämlich gefragt, ob die Angst da ist, das wieder zu verlieren, weil das kenne ich von ganz, ganz vielen Menschen, die ich hier getroffen habe. Die einen Erfolg haben. Am Anfang gibt es eine Existenzangst. Man hat irgendwie die Angst, dass man nicht gesehen wird, dass man mit seiner Kunst nicht genügend verdient. Und dann ist man ganz oben und dann hat man die Angst, dass man es wieder verliert. Und diese Angst treibt einen dann wiederum an, immer weiter zu machen, immer weiter zu performen. Und das habe ich mich gefragt, wie das bei dir ist, der du eben nicht nach oben unbedingt wolltest, in den Podcast-Olymp, oder in den Aufmerksamkeits-Olymp, sondern der eigentlich sagt, ich will irgendwie Gags schreiben. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob es dann plötzlich eine Existenzangst gibt, wo es vorher gar kein Verlangen da war. Die wäre wahrscheinlich da, wenn ich nicht so, das soll jetzt nicht klingen, ich bin so ein geiler Typ, aber ich bin halt relativ breit aufgestellt, weil ich ja eigentlich von hinten komme, von hinter der Bühne, da kann ich ja auch immer wieder hin. Und da bin ich ja auch immer noch ganz normal tätig. Das ist ja eigentlich von der Zeit her mein Hauptjob. Wenn ich jetzt nur, wenn ich jetzt quasi, ich komme vom Abi und bin fertig und bin durch diesen Podcast und mache nur Podcast, dann wäre das, glaube ich, krass, wenn das so dein einziges Standbein ist. Weil dann wird es, glaube ich, eng irgendwann. Aber so ist es einfach so eine wilde, lustige Zeit, auf die ich bestimmt mal mit 50 und ich denke, was war das eigentlich? Dann ist es so, wie war das, Thomas Gottschalk, mit dem haben wir bei der Radio gemacht, mit Günther ja auch. Ja, stimmt. Ja gut, aber die waren danach ja noch bis heute sehr erfolgreich. Aber stell dir mal vor, ich mache gar nicht mehr sowas und denkst so, es gibt ja auch so Duos, die einfach mal eine Zeit lang, und dann ist es auch gut, habe ja auch kein Problem mehr. Niemand will der Thomas anders sein. Ja. Nee, aber das ist schon spannend. Ich kann es deshalb gar nicht so genau sagen, ob ich da, also ich habe da keine Verlustängste. Ich kenne ein anderes Podcast-Duo, die schon regelmäßig in die Charts gucken und immer gucken, wo stehen die gerade, bin ich gerade besser als der, bin ich nach oben oder unten oder wie auch immer, bist du so oder seid ihr so drauf, dass ihr so guckt, wie läuft das gerade? Das ist ja eh immer gleich. Nein, Quatsch. Das wechselt immer so von ein oder zwei. Ich weiß, nein, alles gut. Nee, ich gucke da, also wahrscheinlich, das sagen jetzt tausende Leute zu Hause, irgendwo im Fitnessstudio, am Küchentisch, wo haben sie das hören, Waschküche. Ja, ja, laber nur, aber ich gucke da wirklich nicht drauf. Ja. Weil ich finde, das ist etwas, was ich mir ganz früh angeeignet habe, auch als ich nur tätig war für Fernsehshows und so. Lob ist, Lob bringt dir nichts und Kritik, also destruktive Kritik bringt dir auch nichts. Und deswegen lese ich gar nichts so. Wenn mir irgendwie Leute böse Nachrichten schreiben, müssen sie nicht, weil ich lese das nicht oder ich lese auch keine Artikel über uns. Also mache ich nicht. Und das, das glaube ich dir nicht. Nee? Nein. Ja, okay, es ist halb gelogen. Weil ich lese, wenn ich merke, also ich lese keine negativen Artikel, weil die bringen mir nichts. Aber es gibt negative Artikel über dich? Ja, klar. Ja, über mich nicht, aber so Artikel, wo dann drin steht, wo wir halt kritisiert werden oder das blöd gefunden werden, lese ich nicht. Denke ich dann, wie geht es mir danach? Ich habe wirklich nichts gefunden im Netz. Nee. Und ich habe viel gelesen. Ja, also Abschnitte, darum geht es. Wir werden die meisten, also ich habe jetzt keinen Google Alert oder Google gemischtes Hacker oder sowas, das mache ich alles nicht. Was war die Frage? Die Frage war eigentlich, dass es uns ging ums Vergleichen. Achso, nee, Charts, Indie gucke ich nicht. Also weil, wir werden ja sowieso irgendwann da abrutschen. Das ist ja der Lauf der Zeit. Das ist auch wieder eine Floskel, wie gesagt niemals nie, alles hat seine Zeit. Da bin ich ein großer Verfechter von. Egal, ob es Trends sind, sonst was, alles hat seine Zeit. Und auch das, dann rutschen wir da runter und das darf unsere, wenn ich es jetzt so nennen darf, Kunst, ja nicht verändern, wenn wir jetzt plötzlich auf Platz 14 stehen. Dann müssen wir genauso weitermachen, weil die Leute, die es immer noch hören wollen, hören es ja gerne. Oder auf Platz 30 oder auf Platz 60. Dann darf man ja nicht irgendwie, okay, wir müssen jetzt, das ist immer eine große Feder, jetzt müssen wir alles ändern. So, nee, einfach weiter. Wann ist für euch eine Sendung gut? Wenn wir beide, ich finde die immer gut, wenn wir beide sehr viel gelacht haben, weil ich, weil wir selber große Fans davon sind, Leute lachen zu sehen, das ist immer witzig. Ich muss immer mitlachen, wenn Leute lachen. Lachanfälle, ich gucke mir bei YouTube immer Lachanfälle, Zusammenstellungen an, wenn ein Nachrichtensprecher lachen muss, finde ich super. Übrigens passiert immer in Momenten, wo die, muss man auf achten, wo die Nachricht so eine Softnews ist, irgendwie ein Skispringen oder Regen morgen oder es ist nie irgendwas so zehn Tote bei Busunglück. Weil das muss halt heftig sein, wenn du dann Lachanfall, das habe ich leider nie gefunden, danach suche ich immer. Nee, wenn die Folge, die Folge ist gut, wenn wir beide viel lachen, wenn sie aber auch eine Ernsthaftigkeit hat, dass man merkt so, okay, das sind jetzt nicht nur Clowns, sondern die machen sich jetzt auch vielleicht mal Gedanken um Dinge und wenn wir so durchgekommen sind, ohne, dass wir nachher denken, so, boah, war das vielleicht ein bisschen zu hart, sondern dass einfach alles ganz smooth durchgeht und das ist ja der Vorteil von Instagram und Twitter und so, dass du halt auch, die Folge geht um 0 Uhr online, Dienst auf Mittwochnacht und ich habe um 1 Uhr die ersten Kritiken liegen da, die ich mir dann aber meistens, wie gesagt, eigentlich nicht durchlese. Was wünschst du dir für euch, wenn wir doch jetzt mal über die nächsten 5 oder 50 Jahre... Als Duo? Ich glaube, für uns ist erstmal wichtig, dass wir als Duo im Podcast irgendwie auch, wenn das Mikrofon aus ist, uns mögen, uns schätzen und irgendwie auch Freunde sind, dass das nicht so eine Zweckgemeinschaft ist, da habe ich große Angst vor. Hatte ich immer, aber jetzt kenne ich Felix ja sehr gut, das wird nicht passieren, weil wir halt Leute sind beide, die bei der kleinsten Unstimmigkeit sofort ansprechen, also Kommunikationsfans total, sprechen alles an, sobald irgendwie, aber auch direkt so, das war scheiße von dir, mach das nicht nochmal oder umgekehrt. Das ist schon da, das ist mir wichtig und was mir auch wichtig ist, bin ich ganz ehrlich, dass wir nicht nur, das ist glaube ich für ihn auch als Stand-Upper wichtig und dass wir nicht nur als Duo gesehen werden, sondern wir sind halt nur, wir treten ja eigentlich auch nur innerhalb dieses Podcasts, also wir haben natürlich sehr logisch viele Anfragen für Dinge, die wir zu zweit machen und das minimieren wir halt total, weil wir da nicht irgendwie so, dass nie die Frage kommt, wenn Felix irgendwo zu Gast ist, wo ist denn der andere? Weil da haben wir beide so ein bisschen Manschetten und vor allem auch keinen Bock. Du hast angefangen zu schreiben, eigentlich im Internet, bei Twitter, Facebook, hast du so Gags geschrieben und dann wurdest du von jemand, also von Micky Beisenherz zum Beispiel, die gesagt hat, mach das doch mal professionell. Ja, das war ganz kurios gelaufen. Ich war 2010 während meines Bachelorstudiums in Köln, gab es so ein Semester, wo wir Praktika machen mussten. Ich habe das gesplittet in drei Monate Center TV, so ein Kölner Regionalsender und drei Monate tatsächlich RTL-Explosiv. Also nicht exklusiv, nicht Promis, sondern Plosiv, wo irgendwie so Wale explodieren oder sowas oder die größten Brüste der Welt zu sehen sind. Das ist halt ein Quatsch. So, da war ich Praktikant und dann haben wir einen Beitrag gemacht über damals Jimmy Breuer, Lutz van der Horst, der Heute-Show, Heute-Show, das gehört zum Heute-Show-Ensemble, der war damals Jimmy Breuer, ein Comedian, der absichtlich unlustig ist. Zu der Zeit total progressiv, lief bei uns live und den haben wir begleitet, weil das passte irgendwie wohl in die Sendung, dass da so ein Comedian extra unlustig ist, war irgendwie kurios und das passte also in die Sendung. Und da habe ich Lutz kennengelernt und habe während des, ich war Praktikant, der dann so, hol mal Kaffee und halt mal die Tonangel und wo können wir denn noch drehen und stell dich mal dahin, damit wir da parken können, keine Ahnung. Aber auch Inhalten, kein böses Blut, war alles cool. Und dann habe ich aber immer beim Dreh so Lutz auch so Gags reingerufen und gesagt und dann haben wir uns irgendwie so die Verte auch benutzt und wir haben uns irgendwie gut verstanden und dann hat er irgendwann, dann nach, da war ich in Hannover im Masterstudium, gefragt, ob ich nicht für TV-Total für den Stand-Up Gags schreiben möchte. Da gibt es so ein Autorenpool und hab ich so, ja klar, gerne, total gerne und hab das gemacht und bin da, hatte dann eine relativ hohe Trefferquote und gleichzeitig hab ich Micky Beisenherz kennengelernt, der mich das gleiche dann für mich ermöglicht hat bei Extra 3. Hab ich für Extra 3 und TV-Total während des Studiums geschrieben, super Geld verdient, du warst ja noch nicht so geil steuerpflichtig, so krass wie jetzt dann und es war super tolle Zeit und dann hatte Micky eine Anfrage in Köln und hat mich, hatte keine Zeit und hat mich dann empfohlen und dann dachte ich, was gar nicht so zu mir passt, bin ich Hals über Kopf wirklich aus Hannover wieder zurück nach Köln und hab da in Niedersachsen meine Zelte abgebrochen und bevor ich die Masterarbeit geschrieben hab und hab dann gesagt, jetzt bin ich Fernsehautor. Hat ja irgendwie auch geklappt, kurioserweise. So bin ich da reingeraten. Das ist so die Kurzfassung. Da waren auch viele andere, die mir auch irgendwie geholfen haben und die immer ein offenes Ohr für mich hatten bei gewissen Themen, aber die wissen auch alle, wer gemeint ist, aber muss ich jetzt nicht alle erwähnen. Was ich daran auch toll finde, also ich kenne das, Micky war ja auch schon hier zu Gast und Atze und so und ich kenne diese Szene, also diese Autoren-Szene für Comedy, ich kenne die als super kollegial. Also dass so Leute sich gegenseitig wo reinholen. Vor allem Micky ist halt Micky ist halt wirklich einer der nettesten Menschen, die ich in dieser Branche kennengelernt habe. Wirklich, der ist so gönnerhaft und trotzdem konnte ich super über die Jerks-Folge lachen, wenn Christian Ulm ich auch großer Ulm-Fan bin. Übrigens sehr gut beobachtet teilweise. Nein, aber Micky ist einfach wirklich so ein lustiger und netter Mensch und jeder, der ihn trifft, weiß es, sieht das ähnlich, glaube ich. Und er gönnt total. Ich finde aber diese ganze Comedy, also diese Autoren-Szene so, nicht nur Micky, sondern auch an sich, ich kenne immer wieder Leute, die sagen, die haben mir jemand anders reingeholt und geholfen und so weiter. Also da gibt es scheinbar nicht diese Angst, dass man so, dass die Gags des Neuen dann irgendwie besser sind. Woran liegt das? Es liegt erstmal daran, dass es kein richtiges Haifischbecken ist. Es gibt nicht viele, weil das so ein Job ist, der so ein bisschen, das ist schon fast was von Ghostwriter in Deutschland, weil die Leute, die Gesellschaft kennt diesen Job nicht. Wenn ich jetzt bei meinen Eltern auf einer Party bin und sage, was ich mache, dann denke ich alle, wie, die schreiben das alle nicht selbst? In Amerika weiß jeder, wenn Jimmy Fell eine Sendung hat, sind da 15 Autoren und bei Conan genauso und bei Colbert genauso und das ist eine Teamleistung, aber einer von allen macht so 70 Prozent, nämlich Moderatorin oder Moderator und steht dafür gerade, bringt seine Funny Bones mit, bringt natürlich extrem viel selbst auch mit ein, weil einfach das Talent da ist. Und das ist dann so, ähnlich wie wenn man es jetzt so Formel 1, ich vergleiche es mal mit Formel 1, da gibt es einen Fahrer, der die Leistung bringt, der das Talent hat, der super ist oder die und dann gibt es aber auch eine Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, die kriegen halt auch den Preis und die machen den Boxenstopp und die bauen das Auto. So und in Deutschland ist oft so verklärt, dass, also in Deutschland, wir sind halt so ein Schubladenland, wir denken dann so, der schreibt das nicht selbst, also ist der nicht lustig? So, das stimmt ja nicht. Sondern es ist ja oft auch einfach eine Zeitfrage, oft auch so eine, du kannst ja nicht eine Sendung alleine vorbereiten. Jeder, der mal beim Fernsehen reingeschnuppert, der weiß ja, was da ist. Wenn im Oktober eine Fernsehsendung läuft, wird die ab Mai geplant. So und das ist einfach, dass Deutschland, glaube ich, braucht da in der Medienöffentlichkeit oder in der Gesellschaft, braucht da noch so ein bisschen Nachhilfe einfach und die wissen da, glaube ich, noch nicht so Bescheid und deswegen gibt es da auch einfach in diesem Berufsfeld noch nicht so viele Leute, die diesen Job machen. Es ist kein großes, egal in welcher Sendung du bist, auch so völlig diametrale Sendung, wo du denkst, so das ist ja jetzt aber sehr Köln-Comedy und das ist aber progressiv Berlin, das sind oft die gleichen Autoren. Das Wissen, das finde ich mal geil, wenn er auf Twitter so steht, boah, die Sendung ist scheiße und die geil und du weißt, im Hintergrund sind oft die gleichen Leute oder extreme Überschneidung. Aber das ist einfach fucking Entertainment und mehr ist das nicht. Du hast erst schon gesagt, du hast ja einen 8-to-5-Job oder 9-to-6. Du gehst dann in eine Redaktion rein und musst im Grunde ja auf Knopfdruck lustig sein. Du musst dann abliefern. Wie gelingt dir das, dass das geht? Du hast auch gesagt, du hast ein komödiantisches Handwerk und Handwerk heißt ja auch, man kann da irgendwie jeden Tag irgendwie was zusammenhämmen. Ja, also es gibt schon, wenn du jetzt gerade so an Stand-Up denkst am Anfang, da gibt es halt wirklich, das kann ich jetzt nicht erklären, das dauert zu lang, aber es gibt halt gewisse Zutaten, die man verwendet und also du kannst jetzt innerhalb von einer halben Stunde hier einen fertigen, mit einem anderen Autor noch am besten, so Ping-Pong, kannst du einen fertigen Stand-Up schreiben, der dann in der Fernsehsendung läuft. Das geht. Also, dass du Witze quasi baust, mit Dingen legst, holst du eine Zeitung dazu und dann baust du die. Aber so Stand-Up, also ich meine jetzt nicht von einer Late-Night-Show, sondern ein Comedy-Programm. Also wie Felix das auf der Bühne macht. Genau, das erfordert natürlich viel mehr. Also da brauchst du ja erstmal einen Künstler oder eine Künstlerin, die jetzt so auch Funny Bones hat, die witzig ist, der man gern zuhört. Was heißt Funny Bones? Funny Bones ist, wenn jemand einfach von Grund auf, ganz einfach sagen, wenn jemand von Grund auf lustig ist. So Typen wie Will Ferrell, Christian Pastewka, Hazelbrugger, Olli Schulz, solche Leute, die einfach so von sich aus, du guckst die an und musst irgendwie lachen. Das ist Funny Bones. Es gibt halt Leute, die Geschichten lustig... Also wie so schon geboren. Genau. Es gibt Leute, die erzählen lustige Geschichten und es gibt Leute, die erzählen Geschichten lustig. Oh. So, also du machst... Das ist halt... Super. Das ist was, was du hast oder nicht. Aber es gibt auch Leute, die einfach durchs Handwerk wahnsinnig gute Stand-Upper dann werden. Die aber gar nicht so, wenn die auf einer Party sind, wird man jetzt nicht drüber lachen. Ja. So irgendwelche introvertierten Stand-Upper aus Amerika zum Beispiel. Was ich am amerikanischen Stand-Up halt auch mag, ist nicht diese Sucht nach Applaus, sondern da geht jemand eine Stunde, eine knappe Stunde auf die Bühne, erzählt was, auch mit Haltung vielleicht. Vielleicht wird es sogar nur am Anfang, wenn er auf die Bühne kommt und am Ende, wenn er geht, geklatscht und dazwischen wird gelacht und nachgedacht und ach ja gesagt. Und dann ist auch gut. Und in Deutschland ist halt viel so Bam, 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 Bam. Comedy, Comedy, Comedy. Ist auch okay, aber es ist halt, das mag ich gerne am amerikanischen. Sodass man auch so... Leuten einfach wie... Jeder kennt das. Man ist eigentlich auf einer trockenen Veranstaltung, wo jemand einen Vortrag hält und wenn da wer ein bisschen amüsant gespickt ist, dann hört man dem Menschen einfach gerne zu. Und so kann für mich Comedy auch sein oder Stand-Up. Dass du jemanden einfach, der erzählt dir was und das ist irgendwie auch eine Form von Stand-Up, dann muss nicht irgendwie die krasse Alltagsbeobachtung sein. Kennt ihr das? Das ist aber auch gut. Das heißt, du kannst aber wirklich durch dein Handwerk jeden Tag auch lustig sein. Das heißt, du gehst... Ich versuch's. Also ich scheitere sehr oft. Jerry Seinfeld hat mal gesagt, Leute, die in der Comedy-Branche arbeiten, die scheitern halt in sieben von zehn Fällen, aber die drei siehst du dann halt. Ja. Und so ist es auch. Also klar hab ich auch manchmal Angst vor dem weißen Papier und denk so, irgendwann klingelt jemand und sagt, wir haben rausgefunden, du kannst gar nichts und steht vor der Tür und sagt, du bist ein riesen Hochstapler. Aber das gehört irgendwie auch, das ist so die Angst, die ich im Nacken hab, die mich antreibt. So dieses so wieder neues Projekt, neues Papier. Mal gucken, ob ich es wirklich kann. Und das find ich auch irgendwie geil. Das macht mir Spaß. Aber klar, ich scheitere oft genug. Oft genug ist das einfach Mist, was ich mache. Aber die guten Sachen, die bleiben dann halt vielleicht hängen und die können dann veröffentlicht werden, durch welche Wege auch immer. Du hast neulich ein Foto gepostet. Da sieht man eine Tageszeitung, eine Tasse Kaffee und du hast irgendwie geschrieben, das ist deine Lieblingsbeschäftigung, da zu sitzen, Zeitung zu lesen, Kaffee zu trinken und Leute, ich liebe das. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, aber Ist doch creepy. Nee, ist gar nicht creepy, sondern es ist eher so, dass ich denke, dass ich ja, wir suchen ja, haben ja schon eine Weile versucht, hier zusammen zu kommen in irgendeiner Form und das war immer, das war interessant. Deswegen liebe ich es auch, die Anfragen selber zu stellen, weil man schon ganz oft merkt, okay, wie tickt der? Ja, wie tickt der? Okay. Wie tick ich? Du bist beschäftigt. Ja? Du bist auf jeden Fall krass beschäftigt. Ja, also so, ja, könnte es sein, dass es klappt, aber nee, doch nicht, das muss ich nochmal fragen und jetzt muss ich mal gucken, hier, Elfter, Zwölfter, können wir da zwischen 18 und, nee, also sehr, sehr viel und da habe ich mich gefragt, okay, wenn jemand so viel beschäftigt ist, wie du aktuell, wie findet er überhaupt Zeit für sowas? Für sowas. Ja, das nehme ich, die Zeit ist auch viel zu selten, also ich bin jetzt, diesmal bin ich relativ smooth ins Jahr gestartet, absichtlich, habe mir so ein bisschen Freiräume geschaffen, ich glaube, das wäre jetzt auch Terminenschwierigkeiten, war auch oft auch aus geografischen Gründen einfach, Berlin, Köln, aber ich nehme mir die Zeit schon, weil ich auch einfach mir trotz, obwohl wir so ein absurd, oder ich in so einer absurden und antizyklischen Welt arbeite, versuche ich mir trotzdem sowas wie ein Wochenende beizubehalten, Samstag und Sonntags frei, und damit ich einfach so mit meinen Leuten ein ganz normales Freizeitleben auch so führen kann, und da mache ich das dann schon so, ich kann mir nichts besseres vorstellen, als mich sonntags zu frühstücken, dann ins Café und den ganzen Tag da abzuhängen, leider kann ich nicht so viel Kaffee trinken, das ärgert mich immer, da muss ich mal umswitchen auf so Alibi-Getränke, so Apfelschorle oder so, was man nie trinken würde normalerweise, ja, aber das ist so eine Zeitung, ich gehe dann auch, ich gehe ja Kioske ab, um die perfekte Zeitung dann auch für den Tag zu finden, also das Ganze, ich bin manchmal irgendwie, als wäre ich 1950 geboren, glaube ich, ich wäre auch gern Raucher, aber ich kriege es nicht hin, also nee, nee, ich kriege es nicht hin, ich bin mir einfach zu ungesund. Das wäre für deine Stimme auch wirklich verhandelig gut, wenn du jetzt noch rauchen würdest, dass das, nee, aber Rauchen ist, also ich, mir fehlt das total, also mir fehlt, wenn ich schreibe am Laptop, so total, so dieser blaue, ich kann das total verstehen, dass Stuttgart-Barre oder Schirach oder solche Leute mittlerweile auch ihre Bücher so nennen, ja, Kaffee und Zigaretten, genau, dass die so viel rauchen, also ich, oder ich finde das super, aber ich kann es, ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, zu so einem Lifestyle, das ist zumindest von meinem Bild, Kaffee, Zigarette, Zeitung, das finde ich halt geil, aber die Zigaretten, das kriege ich nicht hin, weil, aber du nimmst dir die Zeit, Haushalt halt, du nimmst dir die Zeit also, ja, voll, also du, das ist so quasi Teil, das hat sich deine Wahrnehmung verändert, wenn du gerufen wirst als, als Autor, dann hast du ja mittlerweile dann eben auch den Ruf, dass du selber, dass du gut bist, weil du hast auch einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, merkst du da eine andere, eine andere Erwartungshaltung? Das, das nicht, aber ich merke, dass sich meine Figur halt so, wenn ich mich von außen betrachte, so ein bisschen verändert, weil ich war ja sonst einfach immer in Anführungszeichen der Autor für Dinge und jetzt bin ich halt selber manchmal auf der Bühne oder habe so, gebe Interviews oder sowas und kann dann bei gewissen Dingen plötzlich mitreden, das ist mir so aufgefallen, wenn ich mich so von außen betrachte. Du bist bei Late Night Berlin als Autor und war dann plötzlich auch zu Gast. Genau, war dann auch zu Gast. Und musst du irgendwas machen, damit jetzt niemand denkt, ja, alles entspannt weiterhin? Quasi, du meinst, dass ich sage, ich bin, I'm still Jenny from the block? Naja, es ist ja so, also wenn du jetzt, also es ist ja gefühlt so, dass du eigentlich, ohne die Autoren jetzt klein zu reden, ist ja so, dass ihr spielt eigentlich eine andere, das ist ja eine andere Liga. Also da ist plötzlich, da kommt bewiesenermaßen der ein Millionen Podcaster, das ist ja allein schon, wenn man das mal mit Quoten vergleicht im Fernsehen, schon eine richtige Ansage. Ja, das ist manchmal verrückt. Genau, und das ist ja unter Umständen ja so, dass dein Podcast mehr Leute hören, als das, was du produzierst. Also für andere Leute. Und dann ist es ja wirklich so, das ist kurios, aber es ist ja auch Audio, ich glaube Audio ist nochmal speziell. Ja, aber es ist, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt Late Night Berlin gucken, aber es ist am Ende, es ist ja crazy auch, was da, deswegen meine ich, da kommt ja dann gefühlt irgendwie, was ist ein großer Fußballer? Cristiano Ronaldo. Ronaldo kommt jetzt rein und macht ein paar Jungs. Nee, ich bin nicht mit Ronaldo rein. Also okay, aber du weißt, was ich meine. Es ist irgendwie, es schafft ja, es ist ja eine unterschiedliche. Ja, aber trotzdem gibt es, es gibt, das sind aber zwei Welten, es gibt wesentlich bessere Autoren, als mich. So finde ich, finde ich jetzt. Also viele kennengelernt, die einfach in ihren, egal ob es, also es gibt halt Genies darin, sich Spiele auszudenken, es gibt Genies darin, sich Matzen auszudenken, Stand-up zu machen und so und es gibt in all diesen Metiers, gibt es so richtige, so Koryphäen, finde ich. Und da gibt es wesentlich, da würde ich jetzt, es wäre so anmaßend, dann von mir zu glauben, so ey, ich bin da, ich bin, nur weil ich jetzt einen erfolgreichen Podcast habe, bin ich auch ein besserer Autor, das ist auf keinen Fall so. Nee, nee, das ist, ich glaube auch nicht, du bist auch nicht der Typ dafür, dass du das sagen würdest, es geht eher um die, mir ging es um diese Betrachtungsweise. Achso. Du merkst, dass das, deine, über deine Gags, die werden schneller genommen vielleicht? Nee, nee, Tommi, ach ja, gut, der wird es ja wissen. Also ich glaube nicht. Okay. Das müssen jetzt andere Autoren, die sagen, mit dem Messer in der Tasche, dieser Wichser, der muss, ich muss ja mal weg, der muss, nee, also den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Das sind wirklich zwei Welten, irgendwie. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon, 31, du, so ein bisschen Sinnfrage, wie geht es jetzt weiter? Du hast mal geäußert, dass du gerne ein Buch schreiben würdest, dass du so eine, aber eher einen Roman schreiben würdest. Wie steht es damit? Also wie weit bist du mit dem, also es ist ja eigentlich jetzt so der nächste Schritt, also jetzt das Podcast-Duo, dann die Autoren und jetzt aber zu gucken, was ist so der eigene, und ich fand das, dachte ich, ach super, wenn er ein Buch schreibt, das ist ja toll, das ist ja was, also weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du plötzlich in irgendeiner Arena stehst und sagst, nee, hallo. Darauf habt ihr alle nicht gewartet. Ja, ich habe total Bock drauf weiterhin und ich muss jetzt einfach mal wirklich mir, das ist so dieses, ich bin halt so aufgewachsen, man arbeitet, man gibt das Geld dafür, man arbeitet montags bis freitags, Wochenende ist frei und so und diese Denke, die hast du halt so drin, diese Denke hast du halt so drin, das ist irgendwie, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben gerade ein Zeichen von draußen gekriegt, dass wir langsam aufhören müssen. das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Es ging um die, um das Buchschreiben. Buchschreiben, genau. Dass ich mir einfach die Zeit nehme, zu sagen, dann lebe ich jetzt halt irgendwie antizyklisch im Vergleich zur, noch mal Anführungszeichen, normalen Gesellschaft und nehme jetzt einfach mal zwei, drei Monate Zeit und spreche vorher mit einem Verlag, wie auch immer und dann schreibe ich mal was. Dieser Mut fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Wow. Das zu, also quasi zu sagen, ich sage jetzt diese Engagements hier ab, weil jetzt muss ich mal an diesen Traum denken, den ich mir erfülle. Aber ich glaube, es ging, also ich habe mit vielen Autoren gesprochen, die alle sagen, die hegen oder hegten diesen Wunsch über fünf, sechs Jahre und dann haben sie es irgendwann gemacht und bei mir ist das ja erst gereift, so vor anderthalb Jahren ungefähr. Deswegen nehme ich mir da auch die Zeit und denke so, ich habe auch eine Geschichte im Kopf jetzt schon, aber die ist noch nicht so ausgereift. Da muss ich schon noch, ich brauche noch Fundament, so ein bisschen, aber ich muss mich einfach mal hinsetzen. Und hast du dann Angst, dass du, dass dich danach niemand mehr anruft als Autor, wenn du jetzt zwei Monate weg bist oder was ist das? Nee, das gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin manchmal einfach ein sehr phlegmatischer Mensch, wie eingangs mit den Apps. Es ergibt keinen Sinn, warum ich keinen PayPal habe. Also seitdem ich bin jetzt so ein Datenschutztyp, bin ich aber überhaupt nicht. Ich kann hier gleich live meine Handynummer sein, das interessiert mich nicht. Machen wir? Nee, aber es gibt gewisse Dinge so in meinem Verhalten, die ergeben keinen Sinn. Und genau wie das alle sagen oder viele reden auf mich ein, schreibt doch ein Buch. Ich selbst sage, schreib ein Buch. Ich habe gerade die Zeit, aber irgendwie die Muße fehlt mir gerade noch und nicht die Muße, sondern die Muße und muss da mir das jetzt freiräumen. Und das ist jetzt aber auch das nächste Ding. Das ist so wie so ein Typ, der sagt, ich muss jetzt mal meine Garage aufräumen. Das wird irgendwann passieren, aber jetzt gerade noch nicht. Also vielleicht im nächsten Monat. Ich glaube, ich brauche so einen Schreibwahn. Das ist auch so ein, wie ist das bei dir? Kannst du gut tagsüber, oder wie strukturierst du deine Arbeit, wenn du kreativ arbeitest? Also kannst du sagen, ich stehe auf und dann geht es los? Ja. Das ist einfach nicht null. Ich habe immer schon früh, ich habe schon meine Morgenroutinen, die ich brauche. Wie sieht die aus? Kaffee? Nee, wirklich meditieren, schreiben, krass. Also ganz, dann Familie, frühstücken, Ruhe und so. Also ich brauche so diese anderthalb, zwei Stunden, brauche ich voll. Und dann geht das so los. Aber ich arbeite total gut in so Blöcken, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mir einen Monat Zeit und mache eine Sache und dann mache ich nur Fokus das. Geil. Oder hier habe ich das auch, ich habe so Wochentage, es gibt immer so, ich reise eigentlich fast nur donnerstags zum Beispiel. Du reist. Wenn ich so in die anderen Städte fahre, nach Hamburg, dann kannst du eigentlich wetten, dass es ein Donnerstag ist. Ja, sowas brauche ich auch. Ich glaube, du brauche auch einen Hund, um mich zu strukturieren. Das ist mein nächstes Ding. Naja, vielleicht ist es ja auch ein Kind. Hund oder ein Kind. Ich habe so den schönen Witz von Friedemann Weise, der gesagt hat, lass uns doch erst mal ein Kind machen, um zu gucken, ob wir das mit dem Hund hinkriegen. Finde ich gut. Guter Witz. Du hast gerade von der Garage gesprochen, wir müssen den Wagen mal langsam reinfahren. Ich habe zum Schluss drei schnellere Fragen. Oh Gott. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Mit Bekanntheit umgehen. Also das ist ja logisch. Ja. Das ist jetzt das erste, was mir einfiel. Wahrscheinlich könnte ich mir jetzt was viel Geileres ausdenken. Ja, das ist doch. Aber das ist ehrlich zumindest. Weil es ist ja so. Wenn man ein Buch schreiben will, dann hat man meistens auch gute Buchtipps. Ist das jetzt schon die zweite Frage? Schon die zweite Frage? Weil du nicht aufs Skript geguckt hast. Nee. Das ist ja nicht. Welches Buch würdest du mir empfehlen? Ich finde nach wie vor von Schlingensief, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein, super. Ja. Das hat mich sehr geflasht. Das habe ich auch damals im Podcast empfohlen. Und das, äh, boah, kriegst Gänsehaut. Total, ja. Ja, man liest da so rein und denkt, boah, ein Krebstagebuch, puh, weiß nicht. Aber, wow. Also was für eine Ode ans Leben, ne? Also. Totale Ode ans Leben, ja. Also das hat wirklich, äh, da habe ich auch, äh, das war das erste Buch, wo ich ein paar Mal geweint habe beim Lesen, auch ein paar Mal, mehrmals reingelesen habe. Und, ähm, ja, der Titel sagt es ja schon, dass der, dass er eben nicht dieses, dass er in dem Buch schafft, eben nicht diese, diese Cheesiness zu schaffen, wo man sagt, ja, jetzt habe ich abgeschlossen und alles ist gut, sondern er sagt, nee, ist scheiße, ich will hierbleiben, ich will hierbleiben, was soll der, Mist, das ist so unfair. Boah, ja, brutal. Aber super, aber trotzdem, falls ihr jetzt denkt, oh Gott, das ist nichts für mich, das ist sehr lebensbejahend. Wenn ihr gerade in einer Phase seid, wo man denkt so, ah, irgendwie ist gerade alles düster, nicht so Bock und so, obwohl es ein Krebstagebuch ist, ist das einfach so, ähm, jetzt wird's doch nochmal cheesy, aber man wird dann einfach dankbar, dass man am Leben ist. Und das hilft gerade in diesen Zeiten, glaube ich, vielen Mal da draußen so, dieses Glück nochmal sich in Erinnerung zu rufen, was für ein Wunder das ist. ist, dass man hier ist, durch wen auch immer bestimmt. Ich habe das ganz oft, dass ich den vermisse, den Schlingsief. Dass ich den so, also es gibt wenig, mir fällt eigentlich niemand ein, den ich so als Korrektiv, als so Spaßmacher, als Unruhemacher, ich vermisse den richtig. Ja, und das ist ja auch so dieses deutsche Phänomen oft, dass man so Willimsen, Schlingsief, dass man oft diesen Satz liest, er fehlt oder sie fehlt. Jetzt wird's nochmal cheesy, aber vielleicht hilft's irgendwie mal auch Leuten, wo man glaubt, wenn die jetzt weg wären, würden die fehlen, denen das zu sagen, so er fehlt. Oder du würdest fehlen. Oder gut, dass du noch hier bist und den Leuten das auch mal zu sagen, keine Ahnung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das, also wir hatten das ja auch schon, dass das schon auch passiert. Also noch viel mehr als früher und natürlich auch gerade durch Social Media, dass das schon, dass man, wenn man was macht, und das merke ich auch hier, dass das, ich kriege das schon auch zurück. Und ich merke das schon auch, dass das irgendwie, ja, das stimmt schon. Also ich finde nicht, dass das so, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde es so schade im Nachhinein oft, weißt du? Ja. Ich finde es auch geil, wenn ich, ich habe das mal irgendwo gelesen und das mache ich, glaube ich, genauso nach, wenn ich irgendwann mal todkrank werde, dann ziehe ich die Trauerfeier vor, dass ich noch am Leben bin und bin dabei. Dass man quasi so eine Trauerfeier durchzieht und Leute erzählen mir nochmal, wie kacke oder wie cool sie mich fanden und ich höre nochmal die Lieder, die sich ausgedacht haben, die dann laufen. Das ist doch geil. Super. Oder dann kriegst du das nochmal mit und dann ist es doch schöner, als wenn da einer im Sarg liegt, denke ich jedes Mal. Wir müssen vielleicht auch anfangen, Vorrufe zu schreiben, vielmehr. Ja, total. Das ist ja immer so, die Leute kriegen auf den Deckel, das fand ich bei Wilhelmsen auch, der hat immer vom Spiegel auf den Deckel gekriegt und dann ist er tot und kriegt einen super Nachruf. Ja, genau. Ist doch schade. Was ist da los? Und der ist jetzt materiell. Der ist ja ein Pragmat durch und durch. Also der kriegt das nicht mehr mit. Also schade drum. Die letzte Frage. Wir haben eine große Plakatwand. Du kennst die Frage und du hast auch schon mal eine Antwort gegeben auf diese Frage. Ich bin gespannt, ob es noch die gleiche ist oder ob du einen neuen Satz auf das Plakat am Alexanderplatz, was du für eine Woche hast, schreiben würdest. Ja, ich habe mir, du hast schon recht, ich habe mir für den, weil ich diese Frage so geil finde, und da habe ich diese Frage mir mal ausgeliehen, dich aber auch zitiert und empfohlen. Und da habe ich im Podcast gesagt, würde ich draufschreiben, diese totale Floskel, aber nach der ich immer versuche zu leben, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Weil das ist einfach ein absolut richtiger Satz, also nach meiner Wertevorstellung. Und der sollte es eigentlich auch bleiben, weil das ist einfach, ja das ist so meine Lebensformel irgendwie, weil damit kommt man ganz gut durch. Der ist doch super. Und folgt mir auf Instagram natürlich. Steht direkt da drunter. Steht direkt da drunter. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und natürlich auch, dass du da bist generell. Ja, danke, danke. Ja, danke schön, du auch. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr mir schreibt, wo ihr Hotel Matze so hört. Und ich freue mich natürlich über Gästewünsche, am liebsten in den Apple-Kommentaren. Tommi Schmidt zum Beispiel war ein heiß ersehender Gast von euch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch den immer wieder gewünscht habt. Und so bin ich auch sehr, sehr hart dabei geblieben, dass er hier ins Hotel Matze kommt. Wie immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Das ist natürlich ein gemischtes Hack, aber ich nehme an, dass ihr das schon kennt. Ich habe in der Vorbereitung den Torquematen gehört und den Torquematen kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Und da ist aber auch Tommi Schmidt zu Gast gewesen und er hat Ilka Bessing getroffen, die ihr vielleicht eher als Cindy aus Marzahn kennt. Und das war eine wirklich sehr, sehr unterhaltsame Unterhaltung. Hört doch unbedingt mal rein, Torquematen mit Tommi und Ilka. Vielen herzlichen Dank für den Support an Toyota, an Heinigen und an Motel One. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Jan Köppen und an Armin Hofmann. Und ja, und vielen herzlichen Dank auch an alle anderen, die jetzt gedankt werden müssen. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr darauf, dass Hotel Matze jetzt wieder so regelmäßig am Start ist. Und ihr könnt euch freuen. Es kommen noch viele weitere tolle Gäste. Und wie gesagt, ich freue mich über Gästewünsche. Ich mache das jetzt einfach alles, was ihr wollt. Bis nächste Woche. Euer Matze. 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 Vielen Dank.